Guten Abend, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke, dass Sie mir durch Ihre Anwesenheit jetzt zwar nicht mein Leben, aber immer meinen Lebensunterhalt finanzieren. Es ist wirklich schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Nachdem Sie sich als Kabarettpublikum und Kabarettfans heute ja offensichtlich in einem Vortrag verirrt haben, bedarf es vielleicht am Anfang kurz nur ein paar einführender Worte. Wie es ja bei einem Vortrag so ist, unterteilen sich die teilnehmenden bekanntlich in zwei Gruppen. Die Zuhörenden und den Vortragenden. Der Vortragende, das ist der hinter einem Rednerpult schutzsuchende, präpotente Sack, der glaubt, die Weizheit haben im Prinzip mit dem Löffel gefressen zu haben und aufgrund eines voreilenden Wissens über den Inhalt des Vortrags ja schon vom Startweg einen Mördervorsprung gegenüber den Zuhörenden hat und sich deswegen natürlich furchtbar überlegen und gut vorkommt. Das bin in dem Fall heute ich. Die Zuhörenden unterteilen sich selbst wieder in drei Gruppen. Erstens um die, für die der Inhalt des Vortrags nichts Neues ist, die das eigentlich eh OS selber auch schon lange gewusst haben, das sind die Glücklichen. Weil sie ja in ihrer Entwicklung zumindest genauso weit sind wie der Vortragende und dem damit ebenbürtig, wann jetzt sogar vielleicht überlegen sind. Die zweite Gruppe der Zuhörenden, das sind all jene, die durch die Worte des Vortragenden plötzlich eine neue Sicht auf manche Dinge bekommen werden, wo das eine oder andere gehörte dann auch zum Nachdenken anregt und vielleicht sogar in weiterer Folge einen Einfluss auf ihr Leben haben wird. Das sind die Gewinner des heutigen Abends. Die dritte Gruppe sind die anderen. Also, das ist der Rest. Also all jene, die sich so kurz gegen Ende des Vortrags noch einmal fragen werden, wo sie denn überhaupt stehen. Damit aber nicht sich meinen, sondern ihr Auto. Beim heutigen Vortrag handelt es sich um einen Tiervortrag, unschwer zu erkennen, und zwar um einen Tiervortrag mit Bildern ihrer Wahl. Wie das funktioniert, können wir am Anfang zur Auflogerung vielleicht auch gleich einmal ausprobieren. Stellen Sie sich bitte vor, hier auf dieser Leinwand einen rosa Baby-Elefanten. Ich habe Ihnen sehr viel Zeit gelassen für die wirklich sehr, sehr einfache Aufgabe. Wem das zu kompliziert war, wir können auch gern was Einfaches nehmen. Stellen Sie sich bitte vor, auf der Leinwand Ihre Wichsvorlage. Das kann jetzt aktuell sein oder aus der Vergangenheit, das ist beides gültig. Falls es ohnehin ein rosa Baby-Elefant ist, dann schauen Sie sich den ganz einfach noch einmal an. Genießen Sie, was Sie sehen, denn in Kürze verschwindet diese Leinwand aus platztechnischen Gründen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie alle die Schweinereien, die Sie ab jetzt gerne sehen wollen, ganz einfach auf Ihrer internen, wie sagt man so schön, Medienfestplatte da projizieren und sich tut in aller Ruhe anschauen. Und falls Sie jetzt vielleicht der Meinung sind, dass ich deswegen ordinär bin oder ein Drecksau wegen dieser Wichsvorlage und so, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts gesehen. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe mir in der Zwischenzeit erlaubt, mir Sie alle nackt vorzustellen und ich möchte es eigentlich auch beibehalten. Ich hoffe, das stört Sie nicht, das ist relativ warm herinnen. Für Sie ist es wurscht und mir gefällt es teilweise. Der Titel des heutigen Vortrags lautet, wie Sie ja den Programmheft oder auch den Plakat entnehmen durften. Ich durchgestrichen ein Leben. Das heißt also, es wird in den nächsten 100 Minuten nicht um mich gehen, weil ich ja durchgestrichen bin. Ihr Ich ist jetzt zwar noch nicht durchgestrichen, um Sie als Personen zu aber auch nicht gehen. Also Sie brauchen sich in keinem Moment irgendwie angesprochen oder vielleicht gar angegriffen zu fühlen. Denn das Thema des heutigen Abends des Vortrages ist das Leben. Das Leben im Allgemeinen, das Leben, das wir ja alle haben. Und genau das ist auch schon der erste Gedankenfehler. Und da habe ich jetzt gleich einmal eine Frage an Sie. Hat einer von euch noch kapazln Angst, dass er eines Tages sein Leben verlieren könnte? Nein! Sprechen wir jetzt für die anderen oder was? Nein, Sie nicht? Die anderen schon? Sie sind natürlich ein kleiner Held. Sie fürchten weder Tod und Teufel. Aber in der Regel ist es so, dass man sich so ein bisschen davor anscheißt, nicht? Aber ich sage Ihnen jetzt was. Sie können das Leben nicht verlieren. Keine Angst davor. Das kann Ihnen nie passieren. Das geht schon rein technisch, nicht? Weil das würde ja bedeuten, dass Sie eines Tages Ihr Leben verlieren und Sie sind noch da. Und das wäre wieder eine Situation, wo man was zum Ärgern hätte, nicht? Da gäbe ich uns das scheiße Leben. Das gibt es ja nicht. Ich habe es am Vormittag noch gehabt. Jetzt kann man wieder um ein Leben kümmern, wo man nichts besser zu tun hätte, nicht? Das wäre sehr unangenehm und ärgerlich. Kann aber nicht passieren. Ganz einfach deswegen, weil wir alle miteinander gar kein Leben haben, sondern ein Leben sind. Möglicherweise sogar ein ewiges, aber das ist ja noch nicht bewiesen. Das, was wir so gerne als unser Leben bezeichnen, entpuppt sich aber bei genauer Betrachtung in Wirklichkeit nur als unsere Geschichte. Und die kann man jetzt, wenn man etwas vergleichen will, vergleichen mit einem Sprung von einem Hochhaus. Das hat natürlich relativ lang gedauert, so 80 Jahre im Schnitt. Da muss man sich jetzt bitte ein sehr, sehr hohes Hochhaus vorstellen. Oder Sie fliegen langsam. Das bleibt Ihnen überlassen, ja? Das heißt also, es beginnt mit dem Absprung der Geburt. Das ist die Entscheidung zu springen und endet klarerweise Batsch-Boom unten am Asphalt mit dem Tod. Wobei es schon sein kann, dass der eine oder andere schon dazwischen kurz einmal hängen bleibt. An einem offenen Fensterflügel zum Beispiel, der sich auf einer Fahnenstange deppert aufspießt. Oder wenn es ganz, ganz blöd hergeht, am F der Immo-Finanz-Leuchtbuchstaben den Löffel abgibt. Oder dort zumindest einmal bewusstlos, wie dann in tiefer Ohnmacht von Trottoir zertrümmert wird. Bei manchen setzt ja diese Form der Bewusstlosigkeit schon sehr, sehr früh ein. Und wenn ich jetzt früh sage, dann meine ich auch wirklich früh. Manche schlagen sich schon beim Absprung an der Kante vom Hochhaus so deppert den Schädel an, dass sie dann ohne jemals das Bewusstsein wieder zu erlangen, ohne sich gespürt zu haben, dann irgendwann einmal geschieden werden. Also der Körper vom Geist durch den Gehsteig. Worum es aber heute Abend gehen wird, das ist das Leben, dass wir jetzt vollkommen unabhängig von dieser Geschichte sind. Dass wir auch vollkommen unabhängig von unserem Verstand sind. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass wir vollkommen unabhängig von unserem Ich sind. Da wäre eigentlich auch ein wunderbarer Titel für den heutigen Vortrag gewesen. Kein Ich, kein Problem. Jetzt werden wahrscheinlich die eineinhalb Buddhisten vielleicht grinsen. Der Rest hingegen wird sich aber denken, Alter, was ist mit dem? Was wird denn das heute? Alter, auf was ist denn der drauf, auf dieser der? Ich will nicht boxen nicht, bitte. So ein Scheiß kann ich, ich bin ich, nicht? Was ist in mir? Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Mit mir bin ich. Ich bin ich. Okay. Reden wir drüber. Überlegen Sie einmal. Wenn Sie irgendwann zu sich sagen. Ich bin ein fester Trudel. Und natürlich in der Situation hundertprozentig recht haben. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was da spricht? Was in Ihnen weiß, dass ich ein fester Trudel ist? Es ist das, was überbleibt, wenn Sie eines Tages Ihr Ich verlieren. Hatsch ihr irgendjemand von Ihnen einmal das Ich verloren? Nur so nebenbei? Keine Mountainbiker, Extremski-Fahrer, Boxer, herrinnen, nix, gar nix. Ich kenn das. Ich bin Motorradfahrer und da passiert es fallweise, und das im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Sie einmal fest runterreißen, dass einmal partspum kurz der EFI fällt. Da springt eh meistens gleich wieder rein, bisschen neu geformatiert. Oh ja. Was auch. Was war jetzt? Wo bin ich da jetzt? Fass, das Motorrad schaut aus. Den hat es runtergekaut. Ha, ha, ha. Ha. Jetzt weiß ich gar nicht. Wer bin ich? Und es ist weg. Das Ich. Ja. Kein Name, keine Geschichte. Puff. Aber du bist da. Und in diesem Moment sind wir genau in dem Zustand, in dem wir alle schon einmal waren. Das ist nichts Neues. Nur können wir uns nicht erinnern, weil es schon so lange her ist. Das war damals. Wie wir hier als kleine Götter auf die Welt gekommen sind. Ja. Wir kennen alles. Wir wissen alles. Alle haben uns lieb. Ja. Und dann aber passiert diesem kleinen Gott etwas sehr Dramatisches, was wir so gerne als unser Leben bezeichnen. Was aber nur unsere Geschichte ist. Und das macht aus dem kleinen Gott da drüben, auf der Seite nach ca. 80 Jahren, einen alten Trottl. Das haut man relativ schnell durch. Überlegs nur. Wenn dieser kleine Gott, wenn der das erste Mal in die Windleine macht, dann ist es ein Jahrhundertereignis. Das kann ich nicht machen, bitte. Ich glaub's nicht. Ein Mann ist so ein riesen Affi. Es gibt ja gar nicht, was da reingeht. Der Sieger. Und steht wie ein Großer. Da muss er lachen. Der Sieger muss da lachen. Ja. 80 Jahre später. Es ist noch immer das Schwäbe. Ja. So. Reiß Sie zu. Bitte freest. So viel war das lieber der Hau jetzt erst. Hält keine Uhr vom Marsch aus wie Scherst. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Leben zum Scheiß werde. Ah. Das war nur als Beispiel gedacht. Prinzipiell kann man jetzt mal davon ausgehen, dass alle hier Anwesenden leben. So. Es sei denn der eine oder andere ist vielleicht schon vor Hunger oder vor Schreck oder vor Begeisterung oder vielleicht gar vor Lachen gestorben. Wobei, so lustig war es bis jetzt eigentlich noch nicht. Wie jetzt auch nicht mehr. Das heißt, äh... Ah ja, jetzt lachen sie noch. Das heißt, wir leben also alle. Aber wir leben alle natürlich in einer anderen Realität. Weil jeder lebt ja sein Leben in seiner Welt. Und der moderne Mensch kann sich da viele Welten aussuchen. Ich meine nicht nur diese sogenannten virtuellen Welten. Das geht auch in der Realität, wenn man es so bezeichnen möchte. Vollkommen unabhängig vom Ort. Äh... Das geht sogar im Wald mittlerweile. Da ist es ein ganz ganz großer Unterschied, ob man jetzt ist ein Mountainbäcker oder ein Jäger. Du bist zur selben Zeit, am selben Ort, aber doch ganz woanders. Nämlich in einem sogenannten Paralleluniversum. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Sie mit Ihrem Auto auf einer Landstoße da hinfahren, dann ist die Geschwindigkeit, mit der Sie jetzt unterwegs sind, die einzig richtige, die man zu dem Zeitpunkt auf der Landstoße fahren kann. Gibt's keine andere, hm? Und wenn jetzt einer von Ihnen da hinfährt, mit 7,6 kmh langsamer als Sie, ja, dann ist der jetzt stepper zum Auto fahren, ja, er fahren da schon gerne ein alter Trottl, aber auch ein Mann, aber mit Sicherheit einmal eine Frau. Wenn Sie auf der selben Landstoße wieder mit der selben Geschwindigkeit da hinfahren, und Sie werden von einem anderen Fahrzeug mit einem Geschwindigkeitsüberschuss von 7,6 kmh überholt, dann ist das eine verantwortungslose Tricksau, eine Gemeingefährdung, der ist ja auch gesoffen, der gehört ja früher schon weg rum und der zieht mir jetzt ganz totfall. Und jetzt würde Ihr Weltbild aber vollkommen ins Wanken kommen, wenn in dem an Ihnen vorbeifahrenden Fahrzeug zum Beispiel der Gerry Kessler drin sitzt. Und auch jetzt, ja, wo wir definitiv ja zur selben Zeit am selben Ort sind, ist jeder von uns in einem ganz anderen Film. Gut, ich sowieso. Aber auch Sie. Weil ich bin ja nicht mehr wirklich in einem Film, lustigerweise. Also nicht in einem Film, ich bin nur im Fernsehen. Das ist ja kein Film. Das ist nur Fernsehen. Das werden Sie dann rausschneiden und dann sagen, das können wir rausschneiden, das machen wir nicht. Ist ja thematisch. Aber Sie, wo Sie mich alle anschauen, ja, Sie schauen mich alle an, ja, aber jeder von Ihnen sieht ganz was anderes. Einer schaut mich jetzt gerade an und denkt sich wahrscheinlich, man hat ja der Wagen umherst, ja. Einer schaut mich an und denkt sich, naja, Krebs verschillert, nicht? Einer schaut mich an und denkt sich, wer ist der Gerry Kessler? Einer schaut mich an und weiß natürlich, wer der Gerry Kessler ist und sagt sich, na das schauen wir mal an, wo wir mit der Brug einmal wachen. Alter, das schauen wir an, das schauen wir schon. Einer schaut sich jetzt vielleicht gerade meine bunten Touren schon an. Ja, jetzt gerade alle. Und Sie denken wahrscheinlich gerade, ich will nicht, dass der mich nackert sich. Aber das ist meine Realität und die können Sie nicht ändern. Da können Sie Ihre Hauntasche drüber legen und die Füße übereinander schlagen. Das nutzt nichts. So viel Fantasie habe ich. Aber jetzt ganz egal, in welcher Realität sich das Individuum gerade befindet, so sind wir immer von Leben umgeben. Also manches ist für uns offensichtlich, wie wir wissen, wie zum Beispiel Tiere oder Pflanzen. Andere ist wieder für unser Auge als so bestes Sinnesorgan, was wir so anzubieten haben, nicht erkennbar, weil unser Auge nur ca. 8% all der Schwingungen, die sich schon rund um uns befinden, in eine Brüde umwandeln kann. Wobei das Auge wandelt gar nichts, das macht das Hirn in Wirklichkeit. Das heißt, 92% von dem, was da ist, das sehen wir nicht. Gut, manches riechen wir, unangenehmerweise. Manches hören wir auch oft sehr unangenehmerweise. Ö3 zum Beispiel. Aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir relativ scharsaugert sind. Und von diesen 8%, die wir zwar sehen könnten, gibt es auch noch sehr, sehr vieles, was wir zwar sehen könnten, aber nicht sehen wollen. Wie zum Beispiel die Wahrheit. Das heißt, wir haben definitiv die Gabe, Dinge, die da sind, nicht zu sehen. Zum Beispiel Mikroorganismen. Was jeder, die gibt es, aber gesehen hat es auch keiner. Außer die mit Feldsteckern, die Spezialisten. Aber sonst, ja. Dabei, das sind nicht wenig. Also in einer Handvoll Boden, und da meine ich jetzt nicht nur so einen Bretterboden, sondern ich meine einen Ackerboden, leben so viele Kleinstlebewesen, Bakterien, Mikroorganismen, wie dieser Planet Menschen beherbergt. Da sind einige Milliarden in einer Hand. Ich meine, das ist, das ist, das ist. Ja, ist halt. Was soll ich machen? Ich kann mir auch nichts kaufen drum. Natürlich, aus unserer Sicht ist das Leben von so einem Bakterium nicht spannend. Dafür ist es kurz. Geschissen muss sein, fad ist aber ein langes Leben. Gibt es auch Beispiele. Sogar sehr berühmte, der Ding, der, der, na, ist jetzt so ein berühmte? Der, na, bitte? Da ist das. Nein, da haben Sie jetzt was verwechselt. Berühmt, nicht prominent. Das ist ganz was anderes. Aber jetzt ist mir eingefallen, Mount Everest. Der Mount Everest, der zum Beispiel hat ein langes, so ein fades Leben, weil er selbst auch nichts davon hat, dass er der höchste Berg der Welt ist. Für mich ist das vollkommen irrelevant. Der hätte sogar ein ruhigeres Leben, wenn er wahrscheinlich eine kleine Hügel im Leitergebirge wäre. Dann hätte er so einige Beziehungen erspart und er wäre auch keine Müllhalde geworden. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr langes, fades Leben, das der arme Berg da hat. Jetzt kann man mir entgegenhalten der Blödsinn, nicht was der red, nicht? Haben Sie da schon nicht aufgepasst, Herr Thüringer? Ein Berg lebt nicht. Tote Materie. Stannhofen. Da lebt nix, nicht? Gut, ok. Ansichtssache. Es gab da schon einmal, muss ich dazu sagen, so Naturvölker. Wie zum Beispiel diese Indianer und diese Eberiches, die ganzen Negativ halt, ja. Die zum Beispiel haben wirklich mit Bergen gesprochen. Ja, ja, für die war alles belebt, da war alles beseelt, ja. Mit dem Wasser haben sie geredet, ins Feier reingeschaut, haben dann mit Feier irgendwelche Visionen gehabt und so, nicht? Ja, gut. Nur Gott sei Dank leben wir in einer anderen Zeit. In der Zeit der Naturwissenschaft, in der Zeit der Technik. In der Zeit, wo wir alles wirklich im Griff haben und uns auskennen. Vor allem die Physik ist ganz, ganz weit. Die Quantenphysik, die Quantenmechanik. Durch ganz, ganz komplizierte Versuche, die uns einer nicht versteht und durch ganz komplizierte Gleichungen sind die jetzt drauf gekommen, dass die Indianer eigentlich Recht gehabt haben. Hätten wir nur Fragen brauchen, statt Anschlachten, aber wir haben sonst lieber ausgerechnet. Aber wie auch immer. Wir sind jedenfalls von Leben umgeben. Und jetzt ganz egal, ob Tiere oder Pflanzen oder Berge. Dieses Leben rund um uns hat eines gemeinsam. Es macht sich keine Gedanken über das Leben. Das lebt alles ganz einfach nur. Es gibt auf diesem Planeten eine einzige Spezies, nämlich den Homo Sapiens. Das ist der weise Mensch, was ja schon vom Titel her komplette Themenverfüllung ist, wie man glaube ich wunderbar an sich selber jeden Tag beobachten kann. Und dieser weise Mensch hat nichts besser zu tun, als den ganzen Tag teppert durchs Leben nachzudenken. Und diese Gedanken, das sind keine schönen Gedanken. Das sind keine kreativen, keine schöpferischen Gedanken. Nein, das sind ziemliche Arschgedanken. Die drehen sich immer im Gras, immer dasselbe Blödsinn. Ja, da haus auf die Vergangenheit. Sorge um Hab und Gut. Die Hoffnung, dass in einer Zukunft endlich einmal etwas anderes wird. Da rennt's und rennt's. Wir haben einen lärmenden Maschine im Kopf. Bei was? Kennt irgendjemand von Ihnen Verrückte? Oder hat schon Verrückte gesagt? Nicht sowas mit mir. Ich meine wirklich. In der U-Bahn, ab und zu trifft man sowas. Nicht auf, weil sie wegspürt sind. Da sitzen dann welche und die reden. Ich meine jetzt, nicht die. Ein Glätscher. Aber ich meine jetzt, die ohne Geräte. Ja, sieht's nicht. Oh, der redt. Wenn man ein Lauf der Welt war, nicht? Ach, scheiße Woche wird wieder Arsch. Das Wetter ist eh klar. Die ganze Woche brennt's Deppert. Da haben wir nie frei gehabt. War ja wunderbar. Seit Wochen sollten wir's aufgeschippt. Das kann nicht sein, bitte. Ah, genau. Ich bin ein Trudel. Wegen der Versicherung. Das ist Deppert. Aber das ist eine Verbrecher. Ich meine, für was? Ich möchte das an eigentlich. Das gehört halt. Ich weiß nicht. Gut, mit mir kann man's ja machen. Das ist eh. Scheißgrößter Hinspiegel gezahlt. Jetzt muss ich aber auch weniger fressen. Das ist... Ja, ja. Haben schon sowas erlebt. Wahnsinn, gell? Der Unterschied zu Ihnen und dem Verrückten ist der. Der sagt's. Sie denken es Ihnen nur. Also es ist eigentlich nur eher ein Lautstärken. Unterschied. Ähm. Aber. Gott sei Dank. Und das ist das Tolle. Haben wir dank unseres Verstandes die wunderbare Gabe, diese lärmende Maschine im Kopf auch wieder abzuschalten. Und zwar ganz einfach durch Meditation. Was hat glaube ich jeder von Ihnen täglich praktiziert. Oh ja. Das... Sie merken es vielleicht nicht. Das heißt, Sie kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag. So ein fixe Foxi. Dann den Ofen weg vom Sessel. Natürlich nicht. Weil Sie keinen Ofen daheim haben. Ich bin ja der mit einem Ofen. Sie sind ja eh ohne Ofen. Äh. Nein, der hat auch keine Bedeutung. Das ist einfach. Bob. Mein Maskottchen. Hallo. Grüß Gott. Äh. Einfach weil es thematisch dazu passt. Und weil es so ein sehr, sehr Wuschelbär auch ist. Also ein Wuschelauf in dem Fall. Das heißt, Sie kommen ein. Sie setzen sich hin. Ja. Finden die Mitte, wie man so schön sagt. Ja. Spüren den Fluss ihres Atems. Ja. Und irgendwann drücken sie dann den Knopf einer Fernbedienung. Und in dem Moment hört ihr Denken auf. Und jemand anderer wird nicht für Sie das Denken nehmen. Der da. Im Fernseher. Und irgendwann haben die Gedanken von dem da drin im Fernseher. Die eigenen Gedanken. Ja. 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 Was vollkommen wurscht war. Wenn Sie ihn am nächsten Tag einkaufen gehen oder wollen. Und weil jetzt dieses Denken auch so ansteckend ist. Weil es braucht ja Energie. Das muss in Betrieb gehalten werden. Habe ich jetzt einen wunderbaren Vorschlag. Wir werden jetzt den Rest des Abends. So fühlt es eh nicht mehr. Einfach damit verbringen. Dass wir aufhören über das Leben nachzudenken. Weil das nichts Ändertes nachdenken drüber. Wir werden ganz einfach in aller Stille gemeinsam nur mehr leben. Oh! Hast du einen Miksstopp vielleicht Technik bitte? Ja das waren so knapp drei Sekunden. Drei Sekunden. Also siehst. Drei Sekunden. Halten wir es so aus, dass man sich denkt, nicht, Rettungsversuch, ich lebe nur etwas, sonst ist es uns peinlich, nicht. Wir halten es nicht einmal drei Sekunden aus, nur Leben, weil Leben ist ein bisschen wenig. Nur Leben, ich meine, für das soll ich nicht, nur deppert Leben kann ich auch nicht. Aber glauben Sie mir jetzt bitte eines, irgendwer zu einem Moment der Stille, wo einfach nichts ist, in dem aber sehr viel ist, in dem wo nichts ist, wäre ihnen nicht so unangenehm gewesen, wären sie ganz einfach ein bisschen früher gekommen, meine Herrschaften. Nämlich vor 135.000 Jahren. Weil damals waren wir alle Neandertaler. Manche sind es noch immer. Ich meine, das ist aber nicht abwertend, also ich bin stolz darauf, dass ich noch etwas vom Neandertaler jetzt in mir drin habe, also evolutionär. Natürlich, wir schauen anders aus, keine Frage, wir sind jetzt schierasiert, wir sind schon angezogen, also sie nicht. Ich schon dem Anlass entsprechen zumindest, aber so weit weg, wie wir immer glauben, sind wir nicht vom Neandertaler. Also wenn das viel ist, wird das sein, na lass mich schätzen, naja so, so viel. Und bitte Entschuldigung, das ist doch nicht viel, oder? Da kommt immer darauf ein Verhältnis zu was, nicht? Sagen wir mal zur Bühnenbreite, ja? Also wenn ich jetzt behaupte, die Bühnenbreite hier, das wäre die Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten. Das heißt, es hat da angefangen, nicht mit Adam und Eva, da sind wir uns eh schon einig. Und wir sind jetzt hier, am Ende. Also da, wo es nimmer weitergeht. Da sind wir jetzt, in der Neuzeit. Dieser tollen Zeit, wo es den Menschen auch noch nie so gut gegangen ist, wie heute, muss man dazu sagen. Das ist nicht von mir der Satz. Das hat ein sehr, sehr kluger Mann gesagt. Und zwar der Chef von Nestle. Und der muss ja wissen, wo man mit der Schweiz sitzt, wie gut es einem da geht. Und weil es uns allen so gut geht, kann man das auch sehr schön beobachten. Man sieht ja fast nur mehr strahlende Menschen auf der Straße. Stimmt's? Vielleicht wenn sie heute im Stau zufliegt oder hergefahren sind, sind sie sicher drin gesessen. Fast erleuchtet. Verlauter Glückseligkeit, ja? Und diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist jetzt im Verhältnis zur Geschichte der Menschheit wahrscheinlich so brat wie, naja, weiß ich nicht so, wie das das, weiß ich nicht, ob man das sieht, oder so brat wie das. Alter, das ist, sagen wir, bedeutungslos. Nein, ich mach's eh nicht hin. Das gehört eh mir, das ganze Theater. Das kaufen wir eh von der Gast. Da kann ich mal, da würde es mir so wohl. Das heißt also, der Neandertal war ungefähr so weit weg von uns. 135.000 Jahre wird ungefähr da sein, ja? Und angeblich ist er vor 40.000 Jahren wieder verschwunden. Wo es natürlich auch gut zu plätzen ist, denn wir sind ja da. Begonnen hat es aber viel, viel früher. Und zwar da drüben. Hier ist nämlich etwas Schreckliches passiert. Ein Kontinent ist damals zerbrochen. Afrika, immer schon Pech gehabt. Und wenn jetzt ein Kontinent zerbricht, da riert sich was. Also, die Erde speit Feuer, der Himmel verdunkelt sich, das Klima verändert sich, die Vegetation geht zurück, die Bäume sterben und die Offen, die immer oben auf den Baum klebt, für das sind sie auch gebaut. Und wie es jetzt so ist in der Natur. Wenn die Bäume wenig werden, ist ein Murzgeriss um die besten Blätze auf die Baum. Und die Starken, die Intelligenten, die Wiffenoffen sind umgeblieben. Und wir haben diese Dilleroffen, die Eierbeeren, die Teppen praktisch, runtergetreten. Und aus denen, da wird jetzt vieles dann eigentlich sehr verständlich und plausibler, warum es so ist, wie es ist. Damals hat schon der Hass auf die Vergangenheit angefangen wahrscheinlich. Ist alles lecker, ist gerade zu einer, weil es stärker ist, sonst gescheiter. Naja, aber irgendwann sperren wir euch in einem Zoo! Er ist offen! Offensattig! Und dann sind diese Dilleroffen, ja, durch Steppengras gezogen. Ich spiel sehr schlecht an Offen, ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ja, so, uh, 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 uh. Ich hab gesagt, ich spiel schlecht an Offen. Ein bisschen Kontenanz bieten, das ist kein Kaspeltheater da, ja. Also, die sind durch Steppengras gezogen, so, uh, uh, uh. Und da ist so, uh, wahrscheinlich, uh, 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 uh. Schon ein bisschen öltere nehme ich an, ja. Dem ist er auf einmal da hinten eingefahren, so, uh, 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 uh. Bis oben. Uh, 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 uh. Und auf einmal schaut der Steppengras drüber, nicht? Da was greut's mir gleich weg, nicht? Also, Moment. Da ist ja nur g'schissen, da sieht ich nur das Steppengras. Super, da sieg' ich was. und schwuppidiwupp, der erste Off ist gestanden. Und zwei Minuten später war er vom Säbelzandiger gefressen. Weil ich ihn auch gesehen habe. Aber es war mir ein Versuch. Und dann hat es halt so Zeit gedauert, bis diese Dilloaffen so weit waren, dass sie aufrecht gehen konnten und nicht vom Säbelzandiger gefressen werden. So circa 5 Millionen Jahre in etwa. Ja, manche Dinge brauchen Zeit, das ist halt so. Aber bei Zeit, ich merke, ich verblabber mich da schon wieder ein bisschen. Wie spielt haben wir ihn eigentlich schon, bitte? Halber. Halber? Okay, gut. Danke, oder schau lieber, dass ich... Ja, ja, ich bin so ein bisschen... Übrigens auch ein Unterschied. Sie haben die Uhr und der Neandertaler, der hatte damals die Zeit. Und diese Zeit war jetzt aus heutiger Sicht natürlich nicht sehr lange, denn der durchschnittliche Neandertaler, und damit meine ich jetzt nicht nur den Herrn Neandertaler, sondern die Gattung, also Herr und Frau Neandertaler, damit das politisch auch korrekt ist, starb bereits im zarten Alter von 25. Und jetzt haben wir fast ein bisschen Mitleid mit diesem ormen Neandertaler, weil ich meine, 25 ist kein Alter. Na okay, mit 25, na gut, das ist aber... Na 25 ist aber... Na das ist aber relativ, sage ich. Zeit vor allen Dingen. Zeit ist etwas extrem Relatives. Zwei Stunden sind bekanntlich nicht zwei Stunden. Das ist ganz was anderes. Schauen Sie mich an. Gut, äh... Schauen Sie, zwei Stunden Wurzelbehandlung. Beim Zahnen, oder? Fühlt sich doch subjektiv jetzt viel, viel länger an, als zwei Stunden orgastischer Sex mit seinem Traumpartner. Gut, schlechtes Beispiel, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie auf das kommen scheint, weil so ein Pudelnocker sitzt mit dem Swingerclub. Was ich noch sagen wollte, zwei Stunden... Wurzelbehandlung ist eine Blödsinn natürlich. Wenn er zwei Stunden für eine Wurzelbehandlung braucht, dann machte das zum ersten Mal das angesoffen, ja? Und zwei Stunden orgastischer Sex, das reduziert sich ja, wie wir alle wissen, auf drei Minuten gegen das Eisschlopfen kämpfen und dabei fernschauen. Was aber nicht heißt, dass es jetzt bitte zwei Stunden orgastischen Sex nicht gibt. Den gibt's natürlich, keine Frage. Im Internet. Zum Zuschauen. Also wir glauben, dass der Neandertal ein sehr, sehr kurzes, aber auch ein sehr, sehr beschwerliches Leben geführt haben muss. Was aber definitiv nicht stimmt. Was wir heute wissen, ist, dass der Neandertaler circa nur zwei Stunden am Tag für seinen Lebensunterhalt aufbringen musste, nämlich das Jagen und das Sammeln. Der Rest vom Tag war dann sogenannte Freizeit. Das heißt, die Neandertaler haben dann den Rest des Tages gegessen, was sie gejagt und gesammelt haben, haben geruht, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, sind schwimmen gegangen, haben die Wolken beobachtet, den Vögeln beim Zwitzern zugehört, haben mit dem Nachwuchs gespielt, haben dann lange ins Lagerfeuer hineingestarrt, haben sich mit Drogen weggeschossen, Flinkwitz war damals ganz, ganz aktuell, haben gefickt wie die Kanicke und haben auch hin und wieder den Partner getauscht. Und dabei haben sie niemals nach dem Sinn von all dem gefragt und haben auch kein einziges Mal ihr Tun in Frage gestellt. Jetzt ganz ehrlich sagt er uns. Kommt euch das ein bisschen bekannt vor? Also für mich klingt das wie so ein Cluburlaub. Und ich muss sagen, 25 Jahre im Urlaubsparadies klangt, das reicht. Also es hört sich auf jeden Fall in meinen Ohren besser an, als jetzt 13 Jahre in der Schule segieren lassen, dann 45 Jahre, teppert eine Hakeln, wurscht für wem, auch wenn man selber ist und dann dafür 20 Jahre von einem Arzt zum anderen zu laufen. Alleine der Umstand, dass man nur zwei Stunden am Tag für seinen Lebensunterhalt aufbringen muss. Entschuldigung bitte, wer schafft das heutzutage noch? Ich, aber sonst fällt mir eigentlich jetzt keiner. Und das, was ich da die zwei Stunden verdient kaufe, hat das Theater und da kann ja alle vorhin zerreißen, was er will. Unser Leben ist also, wenn man so will, nichts anderes als eine Update-Version eines Neandertaler-Lebens, wobei ja Update-Version in Wirklichkeit eine verbesserte Version sein sollte, außer man als Windows-User. Die Hardware aber ist im Prinzip die gleiche geblieben. So Dinge wie die Geburt oder das Heranwachsen, die Fortpflanzung, die Nahrungsaufnahme, die Krankheit oder auch der Tod. Mit diesen Dingen hat sich der Neandertal eigentlich ganz genauso auseinandersetzen müssen wie wir. Das ist kein Unterschied. Und um diese sechs Parameter wird es auch jetzt im Folgenden dann im Detail gehen. Gut, mit was fangen wir an? Ich würde vorschlagen, der Chronologie wegen vielleicht gleich einmal mit der Geburt, also dem Anfang. Wobei die Geburt ja bei genauer Betrachtung ja gar kein Anfang ist, sondern nur ein Ortswechsel. Naja, wir waren ja früher auch schon da, nur waren wir halt im Mutterleib drin. Das heißt, unsere äußere Welt war damals die innere Welt der Mutter. Daran können wir uns natürlich nicht erinnern, wobei natürlich nicht erinnern ist vielleicht sogar falsch, weil natürlich ist es nicht, weil wir haben schon ein Hirn gehabt. Das Erste, was sich entwickelt aus einer befruchteten Eizelle, ist ein Hirn. Wenn man das nicht gab, gab es uns auch nichts anderes. Also ohne Hirn, keine Handi, keine Fussi, keine Zandi, kein Schwanzi, kein Popperloch. Zu blöd zum Scheiß, wenn man sie so. Und wenn wir jetzt wirklich ein Hirn gehabt haben, kann man davon ausgehen, dass wir uns auch schon etwas gedacht haben. Vielleicht auch am Blödsinn sinnlose Fragen gestellt. Glaubst, gibt es ein Leben nach der Geburt? Angeblich ist da so ein Tunnel. Da muss dann durch, durch einen Tunnel und dann ist ein helle Licht. Und dann ist da die Mutter. Die Mutter. Da kannst du auch vielfassen. Was ist eine Mutter? Das ist... Naja, zurückkommen ist noch keiner. Du, der Schirch! Bitte bleib drin! Nössos ist der Schirch! Bleib drin! Aber man kann einmal davon ausgehen, dass es uns gut gegangen ist. In diesen neun Monaten schon allein deswegen, weil wir uns um nichts haben kümmern müssen. Und immer dann, wenn sich der Mensch um nichts kümmern muss, wenn er keine Eigenverantwortung übernehmen muss, hat er das Gefühl, mir geht's super eigentlich. Das heißt, wir waren angeschlossen, ja, mit den Kabinen ans Hirn von der Mutter. Da war die Sauerstoffzufuhr war geregelt, die Nahrungszufuhr. Also eine moderne elektronische Einspitzanlage hat uns neun Monate lang versorgt, ja. Wir sind vielmeinander gekommen, haben jetzt selber Hatsch müssen. Immer schön warm, schön feucht. Also neun Monate Thermenurlaub ohne Bütz. Stellen Sie sich das vor? Und dann aber kam der heilige Moment der Geburt. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen war schonmal bei einer Geburt dabei? Das interessiert mich jetzt. Jeder! Na, Moment. Die eigene Rechnen wir bitte nicht dazu. Ganz einfach deswegen, weil der Fall der wieder fuhr dieser Effi. Was ja gut ist, weil ehrlich, ich mein, wollen Sie da dabei sein? Ich mein, ist nicht groß. Wir müssen sich überlegen, da müssen Sie durch. Das ist kein Schrecklich. War sicher beim Neandertaler auch anders. Schon allein deswegen, weil die Frau Neandertaler anders gebaut war. Die musste ja nicht in eine Jeanne passen und in den Schollensitz von Olden sein Schwurt wackelt. Und auch der kleine Neandertaler war sicher anders gebaut. Denk mir, die werden wahrscheinlich einen kleinen Kopf gehabt haben, weil die ja noch nicht so viel Gigabyte gehabt haben wie mir. Die haben sich nicht so viel Blödsinn merken müssen wie mir heutzutage. Und jetzt war diese Frau Neandertaler hochschwanger, wahrscheinlich unterwegs beim Sammeln. Das ist schon nebenbei passiert. Und das ist schon nebenbei passiert. Und das ist schon das erste, was dann der kleine Neandertaler von seiner äußeren Welt wahrgenommen hat, war vielleicht ein feuchter, weicher Waldbohn oder eine wohl duftende Blumenwiese. Das erste, was wir von unserer äußeren Welt wahrgenommen haben damals, war eine Bande von Verbrechern. Maskiert, im grünen Tuch. Haben wir uns angereicht. Okay, ich gebe auf. Na gut, das wird Arsch. Okay, mit wem kann ich verhandeln? Wer von euch ist die Mutter? Und das erste, was die Arschschlächer im grünen Tuch machen, sie zwicken da die Kabel von der Elektronik durch. Und du wirst zurückgebaut. Du wirst wirklich innerhalb von einer Sekunde zurückgebaut von einer modernen, funktionierenden Einspitzanlage, zurückgebaut auf einen Vergaserbetrieb. Das heißt, ab jetzt wieder um einfüllen, verdauen, Agrapovic, pfapp, hinterausse. Und das ist ja, wie wir alle wissen, ein technischer Rückschritt. Und wenn wir jetzt diesen Ortswechsel der Geburt, zwar sicher nicht unbeschadet, aber doch irgendwie überlebt haben, dann beginnt für uns dieses kurze göttliche Dasein, von dem ich schon am Anfang kurz probiert habe zu sprechen. Das ist die Zeit, an die wir uns auch nicht erinnern können. Also wenn ich mich so erinnere, ich habe so erste Bilder glaube ich im Kopf dabei gewesen, seit zweieinhalb, drei Jahren schätze. So der Opa im Waldviertel mit seinem alten Deutztraktor und bei uns im Zehnten das Häusl am Gang, die Wohnung und Weihnachten vielleicht, irgend solche Bilder. Was da vor war, ist weg. Obwohl ich da war, gibt es ganz schlechte Fotos davon. Das ist nämlich diese Zeit, wo wir noch ganz anders funktioniert. Wo diese Maschine noch nicht rennt. Keine Sorge im Hab und Gut. Keine Hoffnung, dass in der Zukunft einmal etwas anderes wird. Chaos auf die Vergangenheit. Sondern einfach nur Leben. Und dann aber passiert diesen kleinen göttlichen Lebewesen etwas ziemlich Dramatisches. Es beugt sich doch nämlich plötzlich jemand über den Kinderwagen. Ja! Ist es der Kevin? Ja! Ja, der Kevin ist das, gell! Der Kevin! Und in dem Moment folgt es dem kleinen Gott wie Schuppen von den Augen. Scheiße! Doch nicht Gott! Nur Kevin! Fuck! Wieder nix! Mit diesem Namen Kevin bekommt man das kleine Lebewesen natürlich noch etwas dazu. Das Ich. Mit dem Ich, auch an mich. und mit dem mich. Auch ein Mein. Und dieses Mein, das wird jetzt dann in Zukunft sehr, sehr viel Leid in das eigene, aber auch in das Leben von anderen bringen. Weil ab dem Zeitpunkt ist plötzlich das Spitzagotto kein Spitzagotto mehr. Es ist mein Spitzagotto! Meine Banane! Das ist meine Meinung, bitte! Sie haben doch meine Entscheidung! Meine Frau! Das gilt übrigens auch, wenn man nicht Kevin heißt. Aber das ist eigentlich eh klar. Ja und mit dem Ende dieses göttlichen Daseins beginnt also der sogenannte Ernst des Lebens. Der im Prinzip nichts anderes ist, wenn langes Warten darauf, dass in einer sogenannten Zukunft irgendwas anders oder besser wird. Und dieser Fiktion, dieser Zukunft, die es ja gar nicht gibt. Oder glaubt ihr den Themen von Ihnen, dass es eine Zukunft gibt? War einer von Ihnen schon dort? Nein, weil wenn einer dort war, war schon wieder die Gegenwart. So schnell geht's. Aber wir laufen ihr hinterher. Weil sie eine Schlampe ist. Weil sie uns lockt. Die Zukunft! Und wir rennen wie die Offenteppert hinterher und merken dabei nicht, dass wir jeden Schritt, den wir auf die Zukunft zumachen, den automatisch einen Schritt zurück macht. Und damit für uns unerreichbar bleibt. Ja und mit dem Namen bekommt man dieses kleine Leben noch etwas umgehängt. Und zwar einen leeren Rucksack. der jetzt nach und nach so Stück für Stück mit der eigenen Geschichte angefüllt werden wird. Und das erste, was für diesen Rucksack gesammelt werden muss, das sind natürlich Erfahrungen. Weil ja jedes lebende System, jetzt ganz egal, ob es ein Einzeller ist oder ein Mensch, sich einfach nur durch äußere Erfahrungen weiterentwickeln kann. Also die äußeren Erfahrungen sind es, die die Verschaltungen in unserem Hirn bilden. Also das ist wie auf einer Printplotten. Das wird dann wirklich gelötet, sozusagen. Und damit beginnt unsere Programmierung. Das war eigentlich beim Neanderler ganz genauso. Das erste, was der kleine heranwachsende Neanderler zu lernen hatte, war einmal die direkte Verbindung von sehen, also etwas sehen, etwas erkennen und handeln. Also, ui, sieben Sandiger, laufen! Und diese direkte Verbindung wird aber heute sehr gerne unterbrochen, durch noch einmal darüber nachdenken, wie man denn handeln könnte. Oder überlegen, wenn man fragen kann, wenn man eh so handeln kann, wie man sich denkt, dass es nicht schlecht war, dass man eventuell vielleicht dann irgendwann sollte man vielleicht, dass man so eventuell handeln sollte, wer nicht schlecht kopfverlangen hat. Oder vielleicht einmal nicht handeln, weil wer nicht handelt, kann schon wenig falsch machen. Oder am allerbeliebtesten falsch handeln. Aus Blödheit. Als Beispiel könnte ich hier nennen die sehr, sehr dramatische und tragische Tsunami-Katastrophe. Ich meine jetzt die, nicht in Japan, sondern die im Jahr 2004, damals im Indischen Ozean, wo uns die Nachricht, glaube ich, sehr, sehr erschüttert hat. Knapp vor Weihnachten hat sie uns erreicht, wo vielen Menschen wirklich Angst und bang geworden ist. Und jeder dachte, gut, dass wir hierher Skifahren sind, mehr brauchst du nicht. Fährst du da oben, damit wir nicht im Griff. Und da gibt es ja dort die Nikopan und die Andamanen. Das sind Inselgruppen. Meinen Sie in der Grafik nicht so gut, wahrscheinlich. Nein, macht ja nichts. Das sind so Inselgruppen im Indischen Ozean und da gibt es eine kleine Insel, da lebt ein Volk. Das sind die Sentinelesen. Haben Sie schon von den Sentinelesen irgendwann einmal irgendwas gehört? Nichts? Schaut rein in das YouTube. Da tippelt ein Film. Da sehen Sie einen Film, da fährt so ein kleines Motorboot mit einem Außenborder auf so eine Inseltour. So eine weiße Insel mit Palmen. Da sind ein paar Touristen offenbar oben und ein Fremdenführer. Und wie die schon relativ knapp beim Strandzern, hüpfen dort auf einmal aus dem Busch, pudeln, nöckerte Sentinelesen raus, zeigt ihnen gleich mal das Gemächt in und schießt mit Pitschepfeu auf das Motorboot. Weil die eben dort keine Motorboote haben wollen auf dieser Insel. Und diese Sentinelesen, die leben auf dieser Insel seit 60.000 Jahren. 60.000 Jahren. Die waren noch nie weg von dieser Insel. Und da waren noch keine andere Tour. Das ist ein Naturschutzgebiet von der indischen Regierung. Das heißt, die leben definitiv noch im Neandertal. Nur ein Pech, weil die Insel ist ca. 12 Kilometer vom Tsunami-Ausbruch entfernt. Das heißt, du bist die Welt als allererster mit voller Wucht rübergegangen. Da ist auch keiner hingefahren, den ein Höf oder was. Da sind sogar Teufel der Insel weggebrochen gewesen. Also ganz dramatisch. Nach einigen Wochen ist man halt doch wie ein Helikopter rübergeflogen. Und wie der Huberer halt schon langsam tiefer und tiefer runterkommt, hüpfen schon wieder die ersten Pudelnuggeten, Sentinelesen aus dem Busch und schießen mit den Fitchiefeuern auf den Huberer. Weil der halt tut keine Helikopter wollen. Noch weniger als Motorball. Und natürlich hat man sich gefragt, Alter, wie geht denn das? Moment, wie gibt's das? Wie haben die das gemacht? Wie haben die überlebt? Eigentlich ganz, ganz einfach. Indem die Sentinelesen, bevor der Tsunami gekommen ist. Und das ist das Entscheidende. Nicht das, was man macht, sondern wann man es macht. Bevor der Tsunami gekommen ist, auf die paar Bäume und auf die paar Hügel aufgegangen sind, um sich in Sicherheit zu bringen. Und jetzt fragt sich die Wissenschaft, ja, was haben denn die für ein Frühwarnsystem? Das war sehr interessant. Na, die haben kein Frühwarnsystem, die Sentinelesen. Die spüren sich ganz einfach. Und die sind in Verbindung. Die sind in ständiger Verbindung mit etwas, das nennt man Natur. Das ist nicht das, wenn Sie jetzt durch den Supermarkt durchgehen, wo es da am Apfelsopf steht. Natur pur. Nein. Das ist ganz was anderes. Das ist das, wo wir ein kleines Teilchen davon sind, sozusagen. Und wer weiß, vielleicht war auf dieser Insel ja schon mal bei der Sentinelesen ein Tsunami. Was wissen denn mehr? Wahrscheinlich wird schon mal einer gewesen sein, vor 22.633 Jahren vielleicht. Und seitdem wird dort immer am Lagerfeuer genau dasselbe Geschichte erzählt. Fucht's einmal. Wenn's mehr zurückgeht. Obacht. Aufhör auf die Bam. Nachher ist 14 Tage ein Gatsch. Dann passt's wieder. Und das haben sie gemacht. Das heißt, sehen, erkennen, mehr geht zurück. Wow! Und diese dicke Verbindung von sehen und handeln wurde aber beim unmündigen Touristen natürlich unterbrochen. Nämlich durch Tsunami noch schnell vorher mit der Videokamera aufhören. Das ist aber sehr interessant. Schau dir was an. Schau dir was an. Ach ja, jetzt geht's mehr zurück. Das ist auch Wahnsinn. Da fuhren die Viehstammerlati und da gar kein Wasser mehr fuhren eigentlich. Also ich fühl mir näher. Eine Frage, ich wollte Sie schon fragen, haben Sie auch eine HD-Kamera? Eine HD-Full HD. Nein, Full HD. Das ist... Nein, das geht nichts besser. Fernsehqualität. Bitte? Achso, reden wir nachher. Jetzt kommt die Welle. Ja, dann passt's auf. Klar ist die nicht. Wo wollen die hin? Moment. Wo tut die? Die kann ja nirgends. Aber macht nichts. Aus Erfahrung lernt man ja bekanntlich. In dem Fall eben für das nächste Leben. Aber prinzipiell ist es so, dass ja jede Erfahrung, die wir als Heranwachsender machen, eine Erkenntnis bedeutet. Kann, glaube ich, jeder wunderbar an sich selber beobachten oder konnte es beobachten als junger Mensch. Jeder von uns, der irgendwann einmal in seiner Jugend eine Torheit begangen hat und mit Drogen experimentiert hat. Und ich glaube, da können wir uns ja alle ein bisschen bei den Rosen nehmen, oder? Naja... Alkohol zumindest. Gut, Alkohol ist ja in dem Fall keine Droge in dem. Das kann man nicht sagen. Das ist ja keine Droge. Alkohol hat auch irgendein Gefühl mit Kultur. Das hat auch was mit... Das ist ja... A gegen ein Durst irgendwo. Das ist ja... A Geselligkeit. Das gehört auch irgendwie. Das ist ja auch nicht so. Bei mir war das auch so. Damals mit 14, 15... Ich glaube, ich war jetzt mein erster Rausch. Mit einem Liter Rehwieselwein. Was anderes draus ist, habe ich eh nicht. Und wie es dann noch einen Liter auch dabei am nächsten Tag geht, glaube ich... Ach, ich kann nicht erzählen. Ich habe mir wirklich diesen ganzen Rehwieselwein noch einmal langsam durch den Kopf gehen lassen müssen. Ja... 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 Und wie kann man nur so deppert sein? Haben mir gewünscht, dass ich auf der Stelle jetzt hier versterbe. Ja... Und wenn du diese Erfahrung machst. Ja... Wenn du einmal in deinem Leben merkst, was Alkohol aus dir macht. Ja... Erstmal was für eine Kontrolle, das plötzlich über dich hat. Ja... Was für Entgiftungsvorgänge dann in deinem Organismus stattfinden. Ja... Dann wirst du natürlich nie wieder in deinem Leben Alkohol zu dir nehmen. Erfahrung ist gleich Erkenntnis. Das wäre so, wenn wir jetzt zum Beispiel Neandertaler wären. Nachdem wir aber die weisen Menschen sind, schaltet sich bei uns natürlich sofort wieder der Verstand ein und der sagt zu uns, das muss gehen. Und dann probieren wir das ein Leben lang. Es geht nie. Obwohl, natürlich, manche schaffen es. Die saufen und es geht ihnen wirklich super. Denen geht es nicht so gut, wenn sie nicht saufen. Und weil dieses Erfahrungs- und Erkenntnisprinzip also jetzt bei uns nicht mehr so gut funktioniert, hat der moderne Mensch ein Instrument erfunden, das dem Kind die eigenen Erfahrungen erspart und ihm das Wissen einer ganzen Zivilisation offenbart oder vielleicht besser gesagt aufzwingt. Nämlich die Erziehung. Die Erziehung ist eine von der Gesellschaft anerkannte, auch sehr, sehr geförderte Foltermethode, mit der man das eigene Unglück jetzt zwar nicht bewusst oder vielleicht gar in böser Absicht, aber doch sehr, sehr erfolgreich an die Kinder weitergibt. Denn wo kämen sonst die ganzen verdrottelten Erwachstern her, nicht? Das heißt also, damit beginnt eine Falschprogrammierung. Und das ist dann auch schon der erste Schritt, um aus diesem kleinen göttlichen Leben da drüben irgendwann einmal da einen alten, verbitterten, zornigen Trottel zu machen. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat denn eigentlich den Neandertaler erzogen? Im Prinzip niemand. Aha! Niemand! Herr Gescheit! Und woher hatte der kleine Neandertaler sein Wissen? Hm, der hatte kein Wissen. Ganz einfach deswegen, weil er es nicht gebraucht hat. Hätte ihn nur belastet. Was der damals gebraucht hat, war Weisheit. Und das ist ganz was anderes wie Wissen. Natürlich, wir verwechseln es sehr, sehr gerne. Es gibt gebildete Menschen, keine Frage, die wissen sehr viel, sind gebildet, sprechen Sexsprachen, sind aber in Sexsprachen ziemlich deppert. Aber gut, auch für die findet man heutzutage, Gott sei Dank, einen Platz in Brüssel, falls es zum Bundespräsidenten nicht reicht. Und woher hatte denn nun der kleine Neandertaler seine Weisheit? Ganz einfach, indem er das, was ihm der alte Neandertaler vorgelebt hat, nachgelebt hat. Wir halten das anders, wir sagen unseren Kindern was vor und das ist oft ganz was anders, als wie in einem Vorleben, nicht? Vorher die Arme mit einer Cheek der Weischt, das sagst du! Einmal, ich riecht das auf einen Kilometer, der Kummer nicht deppert, links oder rechts. Sehr ungesund. So kann es natürlich nicht gehen. Was aber nicht heißen soll, dass jetzt der kleine Neandertaler tun und lassen konnte, was er wollte. Das ist ja überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sein Lehrmeister war die Natur und ihre Gesetze musste er ohne Wenn und ohne Aber auch befolgen. Sonst hat es nämlich wirklich gescheuert. Und was es damals auch nicht gegeben hat, logischerweise, war ein Generationskonflikt. Weil wenn wir jetzt sagen, okay 100.000 Jahre, durchschnittlicher Lebensjahr hat dann 25, also hochgerechnet kommen wir jetzt ca. auf 5.000 Generationen. 5.000 Generationen, in denen sich nichts geändert hat. Also Schweder vielleicht. Das heißt also, der kleine Neandertaler durfte damals, dem ewig gestrigen Neandertaler, im Unterschied zu heute, vertrauen. Weil er der ewig gestrige damals recht gehabt hat. Weil er gestern auch zugleich heute war. Und diesen typischen alten Trottl, so wie wir ihn jetzt alle kennen, den hat es damals nicht gegeben. Wenn man damals wirklich einer Trottl war, dann ist der nicht alt geworden. Der wurde vom Säbelzandiger gefressen. So gescheit ist die Natur. Heute hingegen, ja, kann es ja wie wir alle wissen, ein Trottl relativ weit bringen. Also, man muss jetzt nicht besonders klug sein, um ein mächtiger Mann im Staate oder in der Wirtschaft zu sein. Da reicht es, wenn man clever ist. Und ein Lügner. Wobei, das reicht nicht. Natürlich, man braucht auch die, die sich gerne anlügen lassen. Und da kommen jetzt wieder wir ins Spiel. Wir, die Bio-Roboter. Das haben wir auch gelernt von unseren Eltern, dass wir ihn anleeren. Auch nie böse gemeint. Kein einziges Mal. Komm erst, iss zusammen, damit du groß und stark wirst. Sollte heißen, damit du schier und platt wirst. Komm, friss. Oder, komm, bis heute hast du sowas wieder gut. Ha, da fangst du oft erst an. Oder, eine der Lügen, die wir sicher alle einmal gehört haben. Du lernst bitte nichts für die Schule. Du lernst nichts für deine Mutter. Du lernst nichts für mich. Du lernst fürs Leben, mein Freund und Zwitschgenröster. Jetzt ganz ehrlich, überlegen sie mal. Was von die ganzen Sachen, mit denen man damals in der Schulzeit sicher fest am Arsch gegangen ist, hat dann in weiterer Folge in ihrem Leben eine Bedeutung bekommen. Hat sie in ihrer geistigen Entwicklung weitergebracht. Und was war definitiv für Milskübe? Keine gute Quote, oder? Nehmen wir mal die Bürgschaft, ja. Zu dir und nicht, denn den einen schlicht Damm und den Dolchen gewandet. Entschlugen die Heschebande. Was wolltest du, bitte? Dolchen sprich. Gegen die Finzer der Wüterich. Die Stadt vom Tyranne befreit. Das wolltest du am Kreuzheber rein. Also, schwarze Punkten auf einem weißen Papier in der richtigen Reihenfolge gemerkt, das war ein Ansatz. Du warst super. Hö, ja. Das ist nicht darum gegangen, dass du kapierst, um was es eigentlich geht. Okay, jetzt kann man mir entgegenhalten. Moment, Herr Thüringer. Wetten Sie da nicht gegen das Bildungssystem, ja. Weil ich sage Ihnen eines, Wissensmacht. Okay. Das ist aber sehr situationsbezogen, oder? Na, bleiben wir beim Beispiel von der Bürgschaft. Ich mache jetzt eine Literaturwissenschaftlerin, die die Bürgschaft sich so aus den Ärmel schütteln kann. Die kann auch Doktor halt scheinen, weil die Bürgschaft von Teville wahrscheinlich, wenn die jetzt an einem schönen, blauen Sommerobend, so wie jetzt, im Park spazieren geht oder laufen geht, joggen, einfach um sich was Gutes zu tun und trifft jetzt dort vollkommen unerwartet, oh, ich bin verschwind, ich bin peinlich, ja, ihren zukünftigen Vergewaltiger, der selber im Poli gescheitert ist, wirklich eine polierte Toppenull, ein Volltiller, dann wird jetzt dieser armen Frau das Wissen um den Inhalt der Bürgschaft, sogar der fehlerfreie Vortrag der Bürgschaft, wird sie in dieser Situation nicht für ihren Peiniger retten können. In dem Fall wäre doch eine im Handtaschel verstecktes Miss-and-Wessen, natürlich nur in Kombination mit einem gezielten Schuss in die Eier, deutlich mehr Macht. Denn diesen Schuss in die Eier, den merkt sich der Diller. Die Bürgschaft merkt sich der nicht, der hat ein halbes Jahr gebraucht, dass er beim Mantel von Tirol mitziehen kann, wissen Sie, was ich mache? Natürlich ist mir schon auch klar, dass dieser so plausibel Satz Wissen ist Macht natürlich auch anders gemeint ist, aber selbst da steht er nur sehr, sehr bedingt. Denn Wissen kann immer nur dann Macht sein, wenn ich beim Trieb der weniger war, soll sie. Sonst ist es vollkommen für den Fisch. Genauso wie die Reichen die armen brauchen, um zu erkennen, dass sie überhaupt reich sind. Weil wenn er jeder will hat, na gut, hat er jeder will, nicht? Ja, wenn er jeder iPhone... Okay, schlechtes Beispiel. Jetzt da gibt es einen Witz. Ich bin jetzt normal kein Mensch, der Witz erzählt, aber in dem Fall, weil das wirklich einer ist, der sowas von auf den Punkt bringt und der wirklich viel Wahrheit und Weisheit in sich trägt, das ist der Witz von Carlos Gerstorff und der Pamela Anderson. Kennen Sie den? Nicht? Aha. Und der Umstand, dass ich jetzt den Witz weiß und Sie nicht, das verleiht dem Thüringer Ego jetzt das Gefühl von ziemlich viel Macht und Überlegenheit. Halt nur so lang, bis ich Ihnen den Witz erzähle. In dem Moment gleich stand, dann müssen Sie ausschwärmen, morgen irgendwo, Sie sind beim Suchen, im Freundeskreis nachher. Erst beim Thüringer waren wir gestern. Ja, 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 ein bisschen, ein Witz, super. Kennst du den Witz von Carlos Gerstorff und der Pamela Anderson, so? Nein? Wurchtbar. Das kann man sagen, das ist ein Blödsinn, weil ein Witz ist gemacht. Das stimmt, natürlich ein schlechter Witz, irgendein Depper, da gibt es eh viel schwachsinnige Witze. Das ist kein Mach, das ist nur ein Blödsinn. Aber ein guter Witz, der viel Wahrheit in sich trägt und sehr, sehr viel Weisheit, wie eben der von Carlos Gerstorff und der Pamela Anderson. Das ist eine wirklich spürbare Macht. Das aber nur als Beispiel. Gut, kommen wir nun zu etwas ganz, ganz anderem. Ein bisschen Ruhe bitte wieder. Genauso wie beim Neandertaler wird auch unser Tun und unser Handel natürlich von den Trieben bestimmt. Und zwei Triebe, die sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten aufweisen, beides Dinge, die uns Lust, aber auch sehr, sehr viel Kummer bereiten, nämlich der Fortpfanzungstrieb und die Nahrungsaufnahme, sprich Budern und Fressen. Ich habe das jetzt für Sie übersetzt. Ah, jetzt ist es auch angekommen da hinten. Na ja, ist okay. Gut, an diesen beiden Trieben hat sich ja nichts Grundlegendes geändert, nur mit dem Unterschied, dass der Neandertaler eben beide ausleben konnte und sich dabei niemals schuldig oder vielleicht gar schmutzig gefühlt hat, weil mir auch keiner dieses Märchen vom strafenden Gott und von Himmel und Hölle aufgetürmt hatte. Beide Triebe dienen dem Leben und finden oft gleichzeitig statt. Ich meine jetzt nicht knapp hintereinander, ich meine jetzt wirklich gleichzeitig. Jetzt sehen Sie was auf der Festplatte, stimmt's? Jetzt rente ich mal schön, nicht? Da haben wir nicht schweinigeln. Denken Sie an was anderes, ja? Denken Sie an eine Hummel. Eine Hummel, die fliegt durch den Garten, so eine dicke, fette, gestaffte Hummel, das ist und die steuert jetzt auf eine riesige, rote, wohlriechende Vagina zu, auf eine Taglinie. Und in diese Vagina taucht diese Hummel als ein ganzer, als ein ganzer, ja? Die schlägt sie und frisst sie da durch. Und der Lili, der tut das gut, ja? Weil die weiß ja in dem Moment, sie pflanzt sich jetzt fort. Ja, 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 du bist ein Viech, ja? Ich bin ja ein Hummel, ich bin ganz drinnen, siehst du mir nicht? Ein Hummel! So schön könnte es eigentlich auch sein. Wir hingegen, wir bewerten ja diese beiden Triebe sehr, sehr unterschiedlich. Nahrungsaufnahme ist salonfähig, kann man überall machen. Also wenn da jetzt einer am Kargranaplatzl vorhin zum Beispiel ein totes Tier, was zuvor in Konzentrationslagern gehalten wurde, in Schwanzform, also als Würstel, ganz, ganz tief, eine Schiebzucht, der dann, nach dem schmeckt es aber, nicht? Aber stellen Sie sich doch vor, da am Kargranaplatzl ein Rudelgebumse. Na, da war man, da, da, das möcht ich nicht sehen! Mitmach ich schon! Und weil das eben so ist, dass diese beiden Triebe sehr, sehr unterschiedlich bewertet werden, hat das mittlerweile auch ganz, ganz, ganz große Folgen auf unsere Gesellschaft. Sie brauchen sich bitte nur ein bisschen umschauen, Sie werden sehen, es gibt heutzutage viel mehr Blade-Büdelwichser als dünne Puderanden. Ist nichts förderlich für die Gesundheit. Gut, mit welchem Triebe wollen wir anfangen? Ich würde vorschlagen, weil Sie ja schon in freudiger Erwartung noch da sitzen, einmal mit der Sexualität, dann haben wir das ja, das ist jetzt ein bisschen komisches, dann ist das erledigend auch so. Die Sexualität. Sie begleitet das Leben ja ab der Geschlechtsreife, nun ein Leben lang, selbst im hohen Alter, denkt man auch sehr, sehr gerne an die wunderbaren Dinge, die man damals, als es ja noch gegangen wäre, alle nicht gemacht hat und beißt sich ins Knie, dass man diese Freuden damals ausgelassen hat. Was uns nämlich bei der gelebten Sexualität so im Wege steht, das ist wieder einmal mehr unser Kopf. Außer jetzt natürlich beim Oralsex, sprich beim Schlecken und beim Blasen. Und wie sehr das der Fall ist, haben Sie, glaube ich, jetzt gerade wunderbar an sich selber beobachten können, sobald mir nämlich diese Worte Schlecken und Blasen vollkommen unbeabsichtigt, aus meinem willigen Mund geronnen und über meine feuchten, warmen Lippen die Bühne verlassen und Ihr aufnahmefähiges, gespitztes Ohr zärtlich gekitzelt und durch Ihre wohlgeformte Muschel tief und fest in Sie eingedrungen sind. Genau in dem Moment hat Ihr Hirn die Worte Schlecken und Blasen schon wieder bewertet. Und das aber mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen, wie ich an Ihren Gesichtern und an Ihren nackten Körpern erkennen durfte. Sex wird aber in der Natur ohne Einschaltung des Hirns ausgelebt. Das heißt, Hund riecht läufige Hündin und ohne unbegeversieren einfach der Nase nach. War wahrscheinlich beim Neandertaler ganz genauso. Wollen wir sich gerade gut riechen können, weil Frau Neandertaler eben willig und aufnahmebereit und Herr Neandertaler kräftig und potent. Eigenschaften, die uns heute ja etwas verloren gegangen sind. Natürlich gibt es nach wie vor Frauen, die so tun, als ob sie willig wären. Man ist einfach deswegen, um den Mann zu pflanzen und um ihren Egorucksack mit ihrer Geschichte mit einem weiter entschwanzgesteuerten Wurschtel zu erweitern. Und auch der kräftige und potente Mann ist heute etwas selten geworden. Es gibt natürlich noch immer kräftige Männer, das heißt Schweinern, auftrainiert, Eiweiß vergiftet und aufgrund der Steroide dann immer noch mal impotent. Dann gibt es natürlich die finanziell potenten Männer, die selten kräftig sind, sondern eher so schwammerlortig wie im Babababa sich durchs Leben bewegen. Natürlich gibt es immer noch kräftige und potente Männer, die aber heutzutage schon sehr, sehr selten zum Schuss kommen, weil die Frau ja die nicht mehr als kräftige und potent erkennt. Weil die ja schon lange auf Schwammeln konditioniert ist, mit denen man sich in der Öffentlichkeit auch zeigen lassen kann. Was nichts macht, man kann sich dann später immer noch bei Bedarf vom Gärtner buddeln lassen. Über das Sexualleben und über die Sexualpraktiken der Neandertaler weiß man relativ wenig und ich glaube, das ist gut so. Man muss nicht alles wissen. Was man aber schon weiß, ist, dass die Neandertaler mit ziemlicher Sicherheit regelmäßig die Partner getauscht haben. Ganz einfach deswegen, um die Sippe genetisch gesund zu erhalten. Das nennt man auch systemisches Denken. Das ist etwas, was uns heutzutage etwas abhanden gekommen ist, das systemische Denken. Partertäusch ist heute nicht mehr notwendig, weil wir ja schon so viele sind. Da mischen sich die Gene ja sowieso. Am Land halt vielleicht noch weniger. Das heißt, man findet heute seinen Partner, ist mit dem glücklich und zufrieden, kann mit dem alles erleben, was das Sexualleben so zu bieten hat, kann mit dem alle Tabus sprechen, eilt von einem Orgasmus zum anderen und käme nicht mehr so auf die Idee, einen anderen Partner zu begehren oder auch nur an einen anderen Partner zu denken, geschweige denn, im Internet von einer Food-Seite zu anderen zu surfen. Und warum ist das bei uns so? Ganz einfach deswegen, weil da sehr viel dranhängt. Auch wenn man jetzt am Partner direkt nicht mehr so hängt, hängt dann dem immer noch einiges dran. Und weil das so ist, wie ich es jetzt sehr, sehr nett und charmant finde, wenn alle diejenigen, die zufällig heute mit ihrem Partner hergekommen sind, dem in die Augen schauen und sagen zu ihm, ich finde es wunderbar, ich finde es großartig, dass wir keine Neandertaler mehr sind und ich einfach nur dich begehre. Schon allein wegen der Kinder, den gemeinsamen Krediten, den Scheidungskosten und der Schande von den Nachbarn. Falls Sie das jetzt vielleicht mit Ihrem Partner ausdiskutieren wollen, wäre eine wunderbare Gelegenheit. Sie haben jetzt 15 Minuten Pause, denken Sie drüber nach, reden Sie ganz locker. Ich darf mir nur in Ihrer Stelle vielleicht vorher was ausziehen. Das macht kein schlanker Fuss, wenn Sie pudeln auch gerade mit dem Partner über das reden. Und alle diejenigen, die dann nachher noch hereindürfen, die kommen dann zum zweiten Teil des heutigen Vortrags. Ich bin auf jeden Fall da, weil ich, ich darf. Ja, noch einmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie auch im zweiten Teil des heutigen Vortrags wieder dabei sind, dass Sie zurückgekommen sind aus der Pause und alles ausdiskutiert haben, was es auszudiskutieren gab. Das Leben, das wir sind, braucht ja, weil es in einem ziemlich komplizierten Vehikel, nämlich dem Körper inkarniert ist, Energie, sogenannten Treibstoff. Das ist logisch, weil aus mechanischer Sicht unser Körper nichts anderes ist wie eine Maschine, die dafür gebaut worden ist, um Energie, Treibstoff in Bewegung umzusetzen. Man kennt das ja auch vom Auto, nur mit dem großen Unterschied, dass man ins Auto nur dann Treibstoff einfüllt, wenn es sich auch bewegen soll. Sie sind noch ein bisschen in der Pause, macht nix. Ah, da kommt der Herr mit dem Kaffee. Ah ja, nehmen Sie nur Platz, machen Sie das Gemütliche. Normal, wenn man weiß, dass man ein Mensch ist, der gern zu spät kommt, sitzt man hinten. Aber, okay, also in der Schule bei uns war das so. Also, eigentlich, aber ist ja nicht. Gut, also man kennt das vom Auto, wie die Situation ist. Man sieht, der Tank wird schon langsam leer. Was macht man? Man fährt zu einer Tankstelle und weiß anhand einer Betriebsanleitung, was für eine Art von Treibstoff dieses Fahrzeug benötigt. Diesel, falls es von einem Ölofen angetrieben wird, Benzin, falls es einen Motor besitzt. Dann unterscheidet man zwischen 91, 95 oder 98 Oktan und genau das, was vorgeschrieben wird vom Hersteller, das tankt man natürlich auch, weil man möchte ja dem Fahrzeug keinen Schaden zufügen. Hin und wieder wird der Ölstand kontrolliert. Das, was an Öl fehlt, wird nachgefüllt mit dem richtigen Öl, mit der richtigen Viskosität. Das erhöht die Lebensdauer des Motors. Dann geht man in den Tankstellen-Shop, kauft noch zwei weitere Betriebsmittel, ein Sackerl Zigeunerräder und ein eiskaltes Cola. Und da stellt sich jetzt mit Recht natürlich die Frage, warum packen wir den Tiger in den Tank und befüllen aber unser wichtiges Organ, was sich ja zwischen den roten Lippen und dem Popperloch befindet, unser Verdauungsapparat mit Problemstoffen. Dazu gibt es jetzt eine ganz, ganz neue wissenschaftliche Erkenntnis, ganz einfach deswegen, weil wir einen festen Clasher haben und den aber nicht als Clasher wahrnehmen, sondern mittlerweile als Normalität ansehen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere Städte und unsere Ortschaften mittlerweile nicht mehr für Menschen bauen. Wir bauen das alles für Autos. Die müssen sich wohlfühlen, die brauchen Platz, die müssen artgerecht gehalten werden. Sie brauchen sich auch jetzt vielleicht nur in ihrer näheren Umgebung ein bisschen umriechen. Wird Ihnen sicher auffallen, denn es gibt eine ganz große Disbalance zwischen Autokomfortwäschung und Körperhygiene. Der Neandertaler war jetzt bekanntlich Jäger und Sammler. Was heißt das in Bezug auf seine Ernährung? Im Prinzip nix, weil wir nicht wissen, was er gejagt und was er gesammelt hat und wir auch nicht wissen, ob er das, was er gejagt hat, erwischt hat und ob er das, was er gesammelt hat, nicht wieder deppert unterwegs ausgestrahlt hat. Aber jetzt ganz egal, was auch immer er in sich hineingestopft hat, letztendlich ernährte seine 50 bis 70 Billionen Körperzellen, die übrigens auch kleine Lebewesen sind. Also ganz, ganz genauso wie wir mit einem eigenen Bewusstsein, nämlich dem Mitochondrium. Er ernährte diese Körperzellen ausschließlich mit kosmischer Energie. Das heißt, der Neandertaler, der lebte damals vom Licht. Jetzt denken Sie da was. Stimmt, jetzt denken Sie da gerade, Alter, was hat sich denn der in der Phase reingekommen hat? Was ist denn der? Entschuldige. Gut, ich kann das auch technisch erklären, dann ist es plausibler. Es gab da im Boden so Bakterien, die hatten eine Fähigkeit. Die konnten Licht verstoffwechseln. Das heißt, diese Bakterien haben auf gut Deutsch Sonnenlicht gefressen und Nährstoffe und Vitalstoffe in den Boden eingeschissen. Das heißt, die haben das Licht in eine andere Schwingungsform transformiert. Jetzt wächst in so einem Boden eine Pflanze heran. Die holt sich von unten über die Wurzeln die Nährstoffe, die im Boden gespeichert sind. Transformiert die Lichtenergie der Bakterien. Von oben direkt Eckler Sonnenlicht. Und jetzt guckt er näher an der Taller und sieht das Pflanzel und denkt sich Pflanzel und ganz egal in welcher Form auch immer er diese Pflanze zu sich genommen hat, wo sie er in dem Moment zu sich nimmt, ist nichts anderes wie transformierte Lichtenergie. Auch dann, wenn er, wie wir alle wissen, natürlich Sekundärvegetarier war. Sekundärvegetarier bedeutet, dass der Neandertaler nur Tiere gegessen hat, die zuvor Pflanzenfresser waren. Also der Säbelzahntiger war sehr, sehr selten am Speiseplan vom Neandertaler. Da weiß ich ja umgekehrt. Aber jetzt viel interessanter für uns. Wie funktioniert denn das heutzutage bei uns? Im Prinzip ganz genauso. Nur aus diesem über Jahrmillionen wirklich sehr, sehr bewährten Prozess der Lichttransformation heutzutage von der Nahrungsmittelindustrie und damit, meine Herrschaften, kommen wir jetzt zu einem wirklich sehr, sehr grauslichen Thema. Dagegen sind ja die Food-Heftel-Produzenten wirklich die Kork-Naben. Das heutzutage von der Nahrungsmittelindustrie unserer Nahrung Zusatzstoffe und Verfahren zwischengeschaltet werden, die unseren Lebensmitteln, das sind Mittel, die uns Leben vermitteln, sollten das Leben rauben. Diese Bodenbakterien, die gibt es nicht mehr, die haben wir schon lange verdrängt durch Kunstdünger, Herbizide, Fungizide und Pestizide. Das klingt zwar sehr lecker, ist aber ein ganz, ganz schlechter Start für unsere Nahrungskette. Das, was uns bleibt, ist eine denaturierte, aber punktverbockte Mischung aus irgendwas, wo viel draufsteht, was auch fallweise gut schmeckt. Das muss man zugeben. Dafür kann man sorgen, wenn man sich in Chemie ein bisschen auskennt, was den Bauch auch füllt, keine Frage, aber letztendlich unsere Zellen nicht mit Leben versorgt. Das heißt, wir verhungern im Prinzip, während wir zu Hause sitzen und im TV der dritten Welt beim Verhungern zuschauen und dabei Zigeuner, Rädchen und Kohle an uns hinein leeren. Nur, dass dieser Hungertod bei uns länger dauert. Und dabei verwandeln wir uns, wir verwandeln uns, wir mutieren zu sogenannten Junk-Food-Zombies. Wobei, wir die ältere Generation, wir haben das Glück, wir haben von unseren Eltern ab und zu, also von der Mama zumindest, was gekocht gekriegt. Aber so, was die Jungen jetzt, ja, da ist gar Zeit, das kochen wir, da, 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 die Kinder, wir lachen jetzt, aber das wird wieder mein großes Problem. Ich kenne das ja auch von meiner Tochter auch, die ist jetzt zehn Jahre meine Tochter und die hat vor ein paar Jahren von einer Tante eine DVD zum Schenken gekriegt, ja, so, eine DVD von der Emily Erdbeer, also wer Kinder hat, kennt wahrscheinlich die Emily Erdbeer. Ich hatte leider keine Gelegenheit, dass ich der Tante damals das Nasenbein brich, weil sie auch offiziell vom Ostasi war, diese DVD und diese Emily Erdbeer, das ist so eine Comicsfigur, so ein Zeichertick, ein Mandel mit so einem einkarten Gesicht und so große Augen, so die Tiefeldschau, ein paar Mal ging selbst zur Sackelgrenze und diese Emily Erdbeer, die lebt im Erdbeerland, das heißt, die ist auf einen ständigen LSD-Trip, die Alte, ja, und die Schachtel von der DVD, die Plastikschachtel ist rosa, was ja groß ist, weil wir ja alle wissen, dass Erdbeeren rosa sind, kennt man von der Lila Pause und, und das ist das Verblüffende, diese Plastikschachtel, die fällt heute noch nach Erdbeeren, nach Jahren, ist das so? Natürlich, meine Tochter ist ein Fan von der Emily Erdbeer, sowieso, aber ein Erdbeerfan, alles, also Erdbeer-Eis, Erdbeerjoghurt, Schokolade mit Erdbeerföhle, Schnitten mit Erdbeergeschmack, alles, das Einzige, was sie nicht so mag, sind die Erdbeeren aus meinem Garten, Hätte ja, Hätte ja Papa, bitte nicht nach Erdbeeren schmecken, Papa. Soll ich jetzt meiner kleinen Tochter erklären, dass das, was sie als Erdbeergeschmack kennt, in Wirklichkeit in einer ganz, ganz großen Fabrik in England aus Sägespänen und griebenden eitrigen Zeichennägeln gemacht wird. Finde ich nicht. Da muss selber draufkommen. Mir hat das auch keiner gesagt. Im Gegensatz zum Neanderthaler, der ja essen musste, was er erlegt und gesammelt hat, haben wir die freie Wahl. Also, wir müssen schon lange nicht mehr das essen, was am Tisch kommt. Wir dürfen unsere Nahrung schon lange, bevor sie diesen heimatlichen Tisch überhaupt erreichen kann, vor den Toren des Supermarktes, wenn wir wollen, oder spätestens im Auto verzehren. auch haben wir in diesen endlosen Regalen der Supermärkte die freie Wahl auf diesen offensichtlichen Junkfood, den Scheißdreck, den man sich ja schon von der weiten ansieht, zu verzichten. Den überlassen wir den Kindern. Nein, die brauchen das auch. Die sind nicht wachsen, denen macht das nichts. Fischstäbchen zum Beispiel. Das ist das, was in Hamburg am Hafen so einmal im Monat zusammengekehrt wird, von den Fischen runtergesprochen. Das bräst man für den Hafen klangt das. Wir aber selbst als wie man so schön sagt mündige Konsumenten, wir nennen uns natürlich bewusst der Gesundheit zur Liebe, weil wir es uns wert sind und auch dem Zeitgeist entsprechen. Das heißt, zuckerfrei, fettreduziert, cholesterinsenkend und laktosefrei. Das heißt, wir verhungern im Prinzip ganz genauso wie der Zigeunerädchenfresser. Nur qualvoller, weil es geschissen schmeckt. Und unsere Zellen werden dadurch jetzt nicht nur ausgehungert, die werden auch noch vergiftet. Zum Beispiel durch L-Aspatyl-L-Penyl-Alanin-Methyl-Ester. Was Sie erkennen, weil Sie in der Schule Chemie gehabt haben. Das war damals in den 70ern ganz oben auf der Liste beim CIA als biologisches Kampfmittel, eine wirkliche Wunderwaffe verursacht, Hirnschäden, Multiple Sklerose-ähnliche Zustände, Parkinson, Alzheimer, Depressionen, Hörbeschwerden, Persönlichkeitsveränderungen, Allergien, sowieso und weitere 100 Beschwerden. Also wirklich eine tolle Wunderwaffe. Jetzt werden Sie natürlich mit Recht sagen, na bitte, wer ist schon fröhlich, biologische Wunderwaffe, nicht? Im Prinzip jeder, der es nicht weiß und sich der Gesunde zuliebe zuckerfrei mit Aspartam ernährt. Hat, muss man sagen, weil diese im Aspartam sind ja schon auf seine Schliche gekommen, ja? Und, mein Lieber, na so geht es auch nicht. Also nicht mit uns, nein, also da haben wir keiner, die Lebensmittelbehörden haben keinen riesigen Druck ausgeübt auf die Langsmittelindustrie, obwohl die normal gar nicht so schlecht miteinander kennen, aber in dem Fall wurde ein Exempel statuiert und schwuppdiwupp wurde das Aspartam aus allen Leitprodukten entfernt. Indem man es umbenannt hat. In NutraSweet kann der Regel sein Nektar oder einfach in E951, weil A, E mehr oder weniger jetzisch, aber urscht, das ist schon gut. Wobei nicht nur das, was wir essen, auch wie und wie viel wir essen, ist eigentlich sehr, sehr entscheidend für die Ernährung unseres Körpervehikels. Der Neandertaler hatte damals um ein maßloses Überfressen zu verhindern ein sogenanntes Frühwarnsystem eingebaut. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal was gehört haben. Sättigungsgefühl. Und mit diesem Sättigungsgefühl signalisiert das zwischen den roten Lippen und dem Popperloch befindliche Organ, dem Hirn, dass der Ranzen jetzt dann eigentlich voll wäre. Das funktioniert wunderbar. Wenn man isst, also wenn man nur essen tut, nur essen bedeutet, dass man das wirklich zelebriert, dass man erst einmal dankbar dafür ist, dass überhaupt was zum Essen da ist, ist ja nicht selbstverständlich, und dann das wirklich bewusst tut. Das heißt, kaut, zermahlt. Darum heißt es auch Mahlzeit und nicht Schlingzeit. Vorher ist er das schon oft von isst, Schlingzeit, 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 Schlingzeit. Und dann diese Geschmacksexplosion im Mund auch wirklich auskostet und dann irgendwann einmal den fast vorvertauten Nahrungsbrei hinunterschluckt. Das ist Essen. Im Gegensatz zu diesen primitiven Naturvölkern, die das vielleicht noch so gemacht haben, weil sie Zeit gehabt haben, haben wir aber Esskultur. Das heißt, Essen macht für uns nur dann Sinn, wenn man dabei auch etwas erledigen kann. Wie zum Beispiel Fernschauen, Zeitung lesen, Buch lesen, Radio hören, Telefonieren, Autofahren, Geschäftsanbannungen machen, die Kosten-Nutzen-Rechnung von so einem All-Inklusiv-Urlaub ein bisschen für uns zu optimieren oder ganz einfach soziale Kontakte pflegen. Das heißt, man trifft sich mit lieben Freunden am Abend zum Pizza-Essen. Und jetzt haben wir aber gelernt, mit vollem Mund spricht man nicht. Was klar ist, weil das macht keinen schlanken Fuß, wenn du jetzt alle drei Minuten einem gegenüber ein Stickel, von der da ein Cabrillo's ins Auge einschlatzt. Vorsicht, nein, wohl nur ein Käse, nichts passiert. Gut, dann kannst du kein Diaboloid bestellen, sonst brennt es. Andererseits wäre es aber auch sehr unhöflich, wenn man sich mit lieben Freunden zum Essen verabredet und dann isst man nur. Stellen Sie sich das mal vor. Das heißt, wir müssen hier einen Kompromiss eingehen wie in vielen Bereichen unseres Lebens und der schaut dann so aus, dass man diese Capriciose, die schon wie geschehe, fest, über das Töller drüber hängen muss, fester Fleck, dass man die in weiser Voraussicht in so kleine mundgerechte Stückchen zerteilt, also in vier so Fleck und während das Gegenüber spricht, ja, rollt man das einfach so zusammen auf so ein Pizzaröllchen, man kennt ja ungefähr den Durchmesser der Speiseröhre, das ist okay, ja, und dann bei so einer kleinen Sprechpause, ja, schlangenartig wird das hinuntergewürgt, das schont erstens einmal die Zähne natürlich, das Sättigungsgefühl wird seines Amtes beraubt und wir schaffen dadurch noch zusätzlichen Raum in uns, jetzt zwar nicht zwischen dem Hopperloch und dem roten Lippen, aber wir schaffen zusätzlichen Raum in unserem Hirn für noch ein Tiramisu und noch drei Krabber, wenn es sein muss, weil das entscheiden schon immer noch mir, wenn es genug ist und jetzt ein Teppertes Sättigungsgefühl. Das heißt also, anstatt unseren Körper jetzt mit Energie zu versorgen, belasten wir noch sehr, sehr oft mit unserer Nahrung. Das merkt im Prinzip auch der Dümmste, wenn man sich mit so einer unverdauten Pizza und dem daraufruhenden Tiramisu und drei Krabber ins Bett legt. Da ist dann schon ein ganz, ganz klarer Triumph der Nahrungsaufnahme über den Sexualtrieb. Und auch keine wirklich schöne Lebenserfahrung. Aber wir wissen ja, wie das ist mit der Erfahrung und der Erkenntnis. Aber Gott sei Dank brauchen wir uns ja nicht auf die eigenen Erkenntnisse verlassen. Wir haben heute die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft, die man dann auch in Fachmagazinen, wie zum Beispiel der Krone Bund, nachlesen kann. Dort steht dann geschrieben, es ist besser, mehrmals am Tag einen kleinen Snöck zu sich zu nehmen, als den Organismus mit ausgiebigen Mahlzeiten zu belassen. Und das ist natürlich ein Diätvorschlag, da ist man kompromissbereit. Weil acht mehr am Tag fressen klingt nicht so schlecht. Natürlich muss man auf gewisse Dinge verzichten, das ist keine Frage. Also in der Früh gleich mal was Gesundes. Das heißt, ein Müsli, so auf Fertig, Aktivität, super, crunchy, knusper plus Vitamini, Calcium, Dunkel, drei Meinen, geschlatzt, Müsli mit einem halben Liter geholter Milch. Zwittert dann halt nur mal beim Chinesen ein M1, nicht mehr das üppige M9, das Dessert kannst du gar nicht mitnehmen. Kein Dessert, bin auf die Diät, bock die Orangen weg, weg damit. Und auf Nacht dann halt nur mal so ein kleines Insalaterl, Mister, wieder ein Kilo Weißbrot und drei Kriegeln und Zähne auf die Nacht vom Niederling. Und dazwischen, weil es eben so wichtig und so gesund ist, diese Zwischenmahlzeiten, ja, so, Schnitten, Donut, ja, so lilla Pause, Popi, Maas macht Mobil, aber es spart, es spiel. Selbst wenn es jetzt so wäre, dass wir wirklich mehrmals am Tag eine kleine, gesunde Mahlzeit zu uns nehmen, wäre es vollkommen falsch. Ein absoluter Blödsinn, weil dafür sind wir nicht baut, evolutionär. Weil ja der Neandertaler auch nicht alle eineinhalb Stunden irgendwas in die Pappen reingepflogen ist. Doch, doch, nein, der war unterwegs auf der Jagd, ja. Und entweder er hat was erwischt oder er hat nichts erwischt. Und nichts erwischt hat geheißen Hunger. Und genau das ist es, was dieser Organismus braucht, den Hunger. Weil dieses tolle Organ, was sich zwischen den küssenden und manchmal geküsst werdenden roten Lippen und dem natürlich nicht küssenden, aber vielleicht doch manchmal auch geküsst werdenden Poppelloch befindet, dieser Verdauungsapparat ja zwei Funktionen hat. Erstens einmal das, was wir oben einfüllen, klarerweise zu verarbeiten, zu transformieren, mit Hilfe dieser Abermillionen Bakterien, die in uns leben, das sind mehr als Körperzellen. Und dann, das, was dann rauskommt, diese Schwingungen, diese Energie an die Zellen Organzellen, Muskelzellen abzuliefern. Und umgekehrt den Scheiß trägt, der sich einfach gezwungenermaßen in seinem Körper ansammelt, weil wir Verstoffwechsel sind. Das heißt, es entstehen Stoffwechselprodukte. Durch das, was wir essen, was wir einhat, mein Umweltgift, etc., etc., sind meistens giftige Eiweißmoleküle, die sich irgendwo im Körper ablagern, dass die genau auf demselben Weg rausbefördert werden. Nur in die andere Richtung. Also das gehört schon beim anderen. Das ist super, überlegen Sie mal. Das funktioniert besser als ein Gore-Dex. Ein Gore-Dex kann nur raussischwitzen, einringer nicht. Umgekehrt tut sich das Jackerl schon ganz schwer. Also einringer schon, raussischwitzen nicht. Da müssen wir es umdrehen. Und wir können das aber ohne, dass uns den Magen umdrehen. weil da eine Intelligenz in uns wohnt. Geht aber logischerweise nur dann, wenn dieses Ding ab und zu leer ist. Wenn ein Full in Lift kann ich auch nicht einsteigen. Und jetzt stehen diese Eiweißmoleküle, die dann schon langsam toxisch sind, klarerweise, stehen und warten, dass irgendwann einmal da frei eine Bahn ist. Das fühlt nur immer noch. Aber das gespielt halt nicht. Das kann nicht sein. Hallo, Entschuldigung, wäre es vielleicht möglich, dass man nicht deppert, um was einfühlt, bitte? Wir müssen dann raus. Wir vergiften gerade den Organismus da. Vollblämpel. Und die werden natürlich sauer, diese Toxine. Und suchen sich Öffnungen. Käse, Käse. Das ist keine Aura, das ist etwas anders. Also, falls Sie jetzt das Gefühl haben, dass Sie irgendwer im Soll vielleicht unter den Tisch ein tibetanischer Jagd liegt, sind Sie im Sitznachbarn nicht best. Es muss nicht heißen, dass Sie der nicht wurscht. Kann schon sein. Aber vielleicht tut der einfach entgiften. Ihr habt bei uns in der Schule gehabt, Religionsunterricht sind kleinen Platten stinker und Kaplan. Nicht abwerten, Entschuldigung, der war so, das ist eine Beschreibung. Eh nett, aber lustig, das eine kommen, ja, und in der Klasse sind die Scheiben angereint. Ich bin in der letzten Reihe gesessen, einigermaßen im Leo, schlimm war es immer noch durchgegangen, als Zeichnungen kontrollieren, wenn wir so den Jesus zeichnen müssen, irgendwas nicht, und dann ist er gekommen, dann habe ich schon gesehen, wie sie den Herrgott schon langsam wieder auflässt, weil wir haben damals noch keine säurefesten Füllstifte gehabt. Der hat auch so lustig ausgeschaut, das müssen Sie Ihnen vorstellen, kein Hals, das heißt, von den Urwascheln da unten, ist die Wampen losgegangen, das war wirklich das Übergangslos so in die Wampen, ja, lustig wie gesagt, also eigentlich witzig, ich finde sie auch nicht schier, das muss ich auch dazu sagen, ich finde einen Bauch nicht hässlich, absolut nicht, also von der Form her, das spricht mich ehrlich gesagt mehr an als nur Haut und Bahnen, jetzt spricht natürlich da gegen den Modetrend und das Diktat der Mutterzeitschriften, aber das signalisiert ja auch was, diese Form, erstens mal, Gelassenheit, in sich ruhen, Wohlstand, Bequemlichkeit, auch, mich kann nichts erschüttern, mir geht's gut, darum wird auch Buddha, der chinesische Buddha, immer mit Bauch und Lachen dargestellt, nur wir natürlich, wir bewerten das natürlich, und sagen, schau, den Blatt ist so, mit seiner Fettwampen, ist das notwendig, heutzutage, nicht, jetzt mal, geht das nichts an, wie ein anderer Asch hat, so fangt es einmal an, und das ist falsch auch noch, weil das ist kein Fettwampen, das Fett, was auf dem Bauch rum ist, das sind vielleicht so dick, wie das sind, ein paar Zentimeter, mehr ist das nicht, das ist oben, unter der Haut, das tut ja nichts, das ist, gut, mitzuhnen muss er, aber ein Pottwal, ein Pottwal hat bitte einen Meter Fett, und der ist nicht ungesund, dem geht's super, das, was die schöne Bauchform macht, die uns auch so gefällt, sonst hätten sie nicht so viele, diese wunderbare, wohlige Form, das ist kein Fett, das ist Scheiße, also, ein Plader, hat circa so 15 Kilogramm Scheiße, in seinem Darm drinnen, und dieser Darm, wir reden jetzt vom Dickdarm, der hat nicht mehr die Form eines Schlauches, wie sie sich gehört, nein, das ist eine orge Skulptur, und manche stehen so ganz drüht, da geht gar nichts mehr durch, und an der anderen stehen wieder so ein Plot an, so wie eine Melone, da liegt dann ein Martiniganzl vom Zweidorskerjahr drin, wobei, das ist ja dann kein Martiniganzl mehr, das ist nach so vielen Jahren dann schon Leichengift, und so vergiftet wir unseren Körper von innen heraus, zusammen diese ganzen Umweltgifte, vollkommen, wurscht, ich mach mir das selbst, ich hab das wurscht, das heißt also, unser langsamer Gifttod, und das ist es oft letztendlich, beginnt im Ackerboden, und endet dann sehr, sehr qualvoll im Krankenhaus, mit dem Giftgnadenschuss, nämlich der Chemotherapie, Moment, ich hab jetzt, Entschuldigung, ich hab da immer so Regie- und Weisungen auch dabei stehen, noch Chemotherapie, in Klammer, extra noch, kurze Pause, weil Patzen, Gelächter im Saal, aber offenbar, hab ich schon eigentlich schlecht gebracht heute, das kann auch sein. Nun gut, so schleichen wir uns nun thematisch langsam über unsere Nahrungsaufnahme an den sehr, sehr unbeliebten Zustand der Krankheit heran, wobei bitte keinesfalls jetzt der Eindruck entstehen sollte, dass krank sein nur auf das maßlose Fressen von Scheißdeck zurückzuführen ist. Natürlich ist maßloses Scheißdeckfressen ein wunderbares Fundament für einen wirklich sehr, sehr qualvollen Lebensherbst, aber dazu braucht es dann auch noch andere Bausteine, so kleine Helferlein am Weg zum körperlichen Unglück. Neben nicht bewegen, wo es wir eh alle wissen, sind das sehr beliebt und auch sehr wirkungsvoll Stress und seelisches Leid. Das, was wir so als Stress bezeichnen, ist im Prinzip nichts anderes wie ein Vorgang des vegetativen Nervensystems, das heißt, wo der Körper automatisch vom Parasympathikus in den Sympathikus umschaltet. Also von Standby in den Kampfmodus und das schneller als unser Hirn das könnte. Das macht der Körper, also wir sind eh noch langsam bei solchen Sachen, Tiere viel, viel schneller. Da hören Sie jetzt so, nebenbei, ich habe da jetzt gesehen einmal eine Dokumentation über Löwen. Ich schaue gerne zu Tiersachen. Schau das kennt, alle Dokus, Flipper, Taktari, Lässe, alles geht. Und da war was über Löwen, das war wirklich beeindruckend. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Löwe ist im Tiefschlaf. Also wie geht das? Der ist weggeschossen, der traf vom Punkt und straffte Zebras. Er ist der König der Löwen. Ach ja. Und jetzt gehen wir zu dem Löwen hin und stupsen einmal an. So, hey, Löwe. Und jetzt schätzen Sie bitte einmal, wie lange dauert es, bis Sie tot sind. Wenn Sie schätzen nicht schwer, reden Sie ganz einfach. So, hey, Löwe. Drei Sekunden. Und jetzt haben Sie was falsch verstanden. Entschuldigung. Nicht ein ausgestopfter Löwe, es ging um einen lebenden Löwe. Ein lebender Löwe braucht siebenhundertstel. Hey, Löwe. Licht aus. Eigentlich ein schöner Tod. Also das ging es heute einmal mit. Wenn man das überleben möchte, da heißt es üben. Ja, wegzugnüben. Am besten daheim mit Katze nicht. Hey, Katze. Oh, das Tepper, die gerade bist. Oh, kein Enzinerz-Kassen. Tepper, der Herrsch. Das heißt, Stress ist absolut keine Errungenschaft, dass man den Menschen unserer Zeit, das haben wir nicht erfunden, den kannte bereits der Neandertaler. Sogar dieses Burnout-Syndrom, was es glaube ich mittlerweile sogar schon auf Kranken schenkt, wenn ich mich nicht täusche, diesen Burnout, das hat der Neandertaler ganz genauso gehabt wie mir. Nur was ist eine andere Reihenfolge. Bei uns ist es so, dass lang anhaltender, immer werdender Stress irgendwann zum Burnout führt. Beim Neandertaler war es so, dass der Burnout, sprich das Ausgehen des Lagerfeuers, zu Stress geführt hat, während die anderen gekaut haben. Was sagt uns das? Der Auslöser für jede Stressreaktion ist immer dasselbe. Und zwar Angst. Und zwar wirkliche Überlebensangst. Weil es jemand ist ja in Neandertaler unterwegs war auf der Jagd. Und es ist plötzlich ein nicht jagbares Tier gestoßen. Zum Beispiel den Säbelzahndiger. Wurde plötzlich der Täter zum Opfer. Und in dem Moment hat der Körper automatisch eine Stressreaktion ausgelöst. Warum? Um den Neandertaler wenigstens den Funken eine Chance geben, dass eine DE-Situation irgendwie derzeit. Das heißt, Blut in die Muskeln hinein, Gesicht bloß, fotografieren tut, ihm jetzt keiner, Wurscht, Verdauungsapparat, Standby, geschissen wird später, Bauchspeichel gerüstet, ist eingefahren mit Insulin, Adrenalin eingefahren, Blutdruck aufheb, ja, und das Hirn hat auf einmal Bodenstoffe erzeugt und andere Sachen auch da hoch hat. Es kostet am Karlsplatz viel Geld. Da ist Christl wirklich ein Beinball dagegen. Das ist ein Programm gefahren mit dem Neandertaler, der war schmerzbefreit, ja. Wirkliche Gifte, die der Körper selber erzeugt. Nur, sobald die Stressreaktion vorbei war, hat der Körper automatisch diese Gifte wieder ausgeleitet. Stress vorbei in unserer Situation, in unserem Beispiel bedeutet, hat sie Flucht vor dem Säbelzandiger gelungen war. Oder eben der Neandertaler vom Säbelzandiger gefressen wurde. Der Stress war auf jeden Fall vorbei. Im Gegensatz zu diesem Neandertaler leben wir aber in einer Welt, in der der Säbelzandiger ja ausgestorben ist. Und weil uns das auch irgendwie leid tut, haben wir uns heute viele Säbelzandiger selbst erschaffen, die uns jetzt zwar nicht direkt ans Leben wollen, aber in uns eigentlich genau dieselben Stressreaktionen auslösen wie ein frühgeschichtlicher Vorfahre. Diese Stressreaktionen oder sagen wir so, es sind ja dann Säbelzandiger in Wirklichkeit, also nicht echte, dass ich jetzt glaube, dass da echte Tiger sind. Das ist, ja, das sind nur der Vorstellung Tiger. In Wirklichkeit sind das Sachzwänge. Das sind Sachen, die uns zwingen, das zu tun, was sie wollen. Und das aber absurderweise, obwohl wir sie erfunden haben. Zum Beispiel, meistens beginnt ja unser Tag schon mit einem Säbelzandiger namens Radio Wecker, der aber natürlich niemals alleine auf die Jagd geht, immer in Kombination mit seinem Freund dem Säbelzandiger Kratki. Dann mit den Kindern, die wieder mal nicht aus dem Bett wollen. Geht's wieder, wir sind schul, wir haben die Zeit, dann gehen wir raus, gehen wir, gehen wir, gehen wir, ja, 72 Junk-Mails in der Mailbox, ein Trojan auf der Festplatte, was ist da, das kann ja sein, der Inschlatter, den anruft, sehr folgend, dass wir hängen da ein bisschen im Staat, ist ja nicht noch länger daheim. Nein, nein, ich gehe nicht länger, ich hole, hallo, 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 das Handy, das leider die Nacht nicht in der Ladestation, sondern blöderweise in der Jackentasche verbracht hat, hörst, ja, die Autoschlüssel, die leider die Nacht nicht in der Jacke, sondern blöderweise in der Waschmaschine verbracht haben, hörst, es geht's, ja, die eingetrockerte Vogelkacke auf deinem frisch polierten Börlschwarzen Audi, na, das geht's, nicht in der Waschmaschine, hörst, ja, und dann der depperte Mac-Café-Flekuß, hörst, auf deiner sonst so weißen Weste und das zwei Minuten vor dem wichtigen Termin mit dem wichtigsten Menschen in deinem Leben, mit dem Personalschef. Jetzt ist aber erst halber Zähne, das geht den ganzen Tag so durch, ja, bis wir einschlafen, waren wir überhaupt noch einschlafen, keiner, das heißt, wir hüpfen von einem Säbelzahntiger zum anderen, da, da, und du, da, da, und immer wieder wird giftige Säule in uns hineingespritzt, ja, und das aber vollkommen sinnlos, weil keiner dieser Säbelzahntiger will uns ans Leben, kein Säbelzahntiger, dieser Kaffeeflick auf dem weißen Hämert, das ist nur ein Kaffeeflick auf dem weißen Hämert, das Problem, was wir haben, ist, dass wir glauben, dass es Hämert kein Kaffeeflick haben darf, und wir in dem Moment auch schon die Zukunft wieder voraussehen können, den Personalchef, so kommen Sie zu mir, so mit einem Kaffeeflick am Hemd, also ich muss sagen, nicht ein bisschen, mit einem Kaffeeflick, da kannst du beim Starbuck anfangen, mein lieber Herr, das heißt, wir träumen Sie uns herbei, in unseren Tagträumen, die Säbelzahntiger, und so wird natürlich allmählich unsere Geschichte zu dem einzigen Albtraum, wir beginnen zu leiden, weil es nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben, und dann sind wir böse auf es und zornig, und bitte, was kann es dafür, dass wir eine Folge von einem falsche Vorstellung von ihm haben? Ich kenne das von mir selber, das ist immer so, meistens Ende März wäre geil, aufs Motorrad fahren, da juckt es mich schon, da denken wir, Alter, was macht man, eine Ersatzbefehlung, man geht auf irgendeine Motorradmesse, und da steht es da und die da, die da, Britta, haben wollen, da schon, ein Motor Guzzi vor sieben, das ist die, die ist aber, Bruss, schau die, die möchte die, und dann stehe ich vor der Guzzi, und was ich sehe, ist nicht das Motorradl, ich sehe schon die Zukunft, ich sehe mich, mit der Guzzi, auf einer kurvenreichen Landstraße und da hinfahren, blauer Himmel, 25 Grad, niemand unterwegs, nur ich, der Asphalt, griffig wie ein Schleifpapier, und in 200 Kilometer umkreis, kein Kappelstehender. Das, was ich in dem Moment nicht sehe, ist mich, mit dem Motorradl, bei 8 Grad, im strömenden Ring, auf der Südostagente, im Stau, am Bannernstreifen, in einer hinnigen Zündbox, und dabei waffe, der Österreicher, schau, was darf er loben. Das ist leider ein Selbstbetrug, eine Lebenslüge, weil das gehört zum Motorradfahren einfach dazu, genauso wie er jedes Auto einen Kratzer hat. Es gibt kein Auto ohne Kratzer, das ist eine Wunschvorstellung, na klar, im Prospekt, okay, aber die liern da drinnen, haben Sie ja schon mal diese Durchschnittsverbrauchswerte angeschaut, 4,8 Liter im Drittelmix. Man muss 3 Meter nach aufsteigen und eine brutzeln vielleicht, aber sonst, nee, die liern und so, es ist einer vollkommen Wurscht, ja, und wenn Sie jetzt schon ein neues Auto haben wollen, was ich gut verstehen kann, weil das ist ja was, ich meine, wofür arbeitet man, ist ja so, wofür opfert man Zeit, die man mit den Kindern verbringen kann, oder für sich selber, oder was auch immer, zum Bahnhof, zum Spazierengehen, man opfert sich, damit man sich was geschehenes kauft. Nächstes Auto. Dann bestellt man das, 8 Wochen Lieferzeit, die Vorfreude, und dann ruft der Autodandler an, der in die knoggelten Bog mit der falschen Rolex, nicht, wir können ja mal nehmen Sie extra einen halben Tag Urlaub, nur zum Auto holen, ja, und dann steht man da vor, und sagt, was ist das schön, das Bödel Marrakesch braun, ich muss sagen, eine gute Wahl, bin ich ja froh, dass ich mir den Schwarz genommen habe, das ist wirklich, sehr schön, das ist, kann ich mal den Schlüssel haben, bitte, ja, Dankeschön, so, 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 Gassack! Machst in den ersten Kratzer, geil selber ein, ja, den haut sie nicht aus, die knoggelten Bog, das ist klar, der packt es nicht, aber sie sind entspannt, sie hören sich ihren Sprayerlack, aus der Taschen, ausse, aus Spritzen, auf dem Motorhahn, Futter, Was soll ich da noch sein? Nix. Geht jetzt fast schon in den Bereich von Lebensberatung. Und all das Leiden der Zorn darüber, dass unser Rucksack nicht mit der Geschichte angefüllt ist, mit der er dann eigentlich angefüllt sein sollte, lässt uns zu Giftswerken werden, die dann Gift in sich selbst und auch in die Umwelt verspritzen. Also fassen wir nochmal zusammen. Scheißdeck fressen, immaginäre Säbelzahndiger und eine unerreichbare Zukunft, die nicht so ist, wie wir sie uns vorgestellt haben. Also so habe ich mir meine Ehe aber auch nicht vorgestellt. Geleitet uns dann sanft, aber sehr, sehr sicher, einen vollkommen neuen Lebensabschnitt, nämlich der chronischen Krankheit. Die chronische Krankheit ist dann der Zustand, wo das Leben in uns, das Dasein in diesem geschundenen Organismus nicht mehr lebenswert findet und sich einen Fluchtplan überlegt. Notausgänge sucht. Herzgasperl, Schlagerl, Krebs. Das ist wurscht. Hauptsache weg von dieser Strafkolonie des Universums, genannt Erde. Oft werden ja dann solche Ereignisse als schwerer Schicksalsschlag bezeichnet, wobei ja ein Schlag eher was Ungeplantes ist. Also wenn man jetzt auf einer Wiesn spazieren geht, blauer Himmel, höll ich da da, gesund scheint, ja, und ich werde von einem Blitz erschlagen. Das ist wirklich ein Schicksalsschlag. Bei einem Gewitter und einem Baum ist schon wieder Blödheit. Und unsere sogenannten krankheitlichen Schicksalsschläge sind aber meistens von wirklich langer Hand, natürlich gemeinsam mit der Arzt und der Apotheker geplant. Inwiefern jetzt der Neanderer krank war, das weiß man nicht. Ich würde davon ausgehen, dass er krank war. Warum nicht? Was es nicht gegeben hat damals, war das lange, schwere Leiden. Denn wenn der Neanderer krank war, ist er entweder von selber gesungen worden oder er ist gestorben. Was man schon weiß ist, man hat in Frankreich einen Grab gefunden, ein Sensationsfund damals mit mehr als 30 Neanderer-Skeletten. Und jedes davon hatte mindestens einen Knochenbruch. Was mich wundert, ist, dass man da nicht weitergräbt, weil wenn ich das finde, da her, inne, da auf ins Graben, dann grabe ich, bis ich den Motor gefunden habe. Aber war damals nicht so interessant. Nein, also ich glaube nicht, dass diese Knochenbrüche jetzt darauf zurückzuführen sind, dass die Neanderer jetzt schlichtweg geborgen sind, zum Fuß gehen, sich da etwas gebrochen haben. Die haben probiert, mit Hilfe der Knochenbrüche, andere Krankheiten und Bewegungen, wie zum Beispiel Harnwegsinfekte, Migräne, Regelbeschwerden etc. etc. zu heilen. Nein, das klingt jetzt absurd, aber es gibt ja auch heute noch so alte Hausmittel, wenn man zum Beispiel ein starkes Zaunweh hat, lässt ja jeder 100er-Nagel nehmen, reinigen mit Jod, damit nichts sein kann, einen schönen großen Schlägel und mit zwei, drei zügigen Schläge den 100er-Nagel durch die Knierscheiben durchladen, das Zaunweh ist kein Thema mehr. Das ist wie wegblasen. Blödsinn. So ein Schwachsinn muss der Eifel. Das war genauso, das war genauso, wie wenn man keine Reizwee hat und frisst so lange Volt da rein, bis man den Magen durchbruch hat. Vorwärts verschrieben. Genau so deppert war das. Was ist aber im Gegensatz zur chronischen Krankheit die entzündliche Krankheit? Und ich möchte das anhand einer der wohl qualvollsten Krankheiten des letzten Jahrhunderts erläutern. Der Verkühlung. Und mancher Mann sich dann wünscht, dass er niemals geboren wäre, wenn er in die Verkühlung ereilt. Meine Damen, Sie brauchen nicht deppert lachen. Jetzt muss ich schon eines sagen, meine Damen, bei der Gelegenheit. Wenn einmal nämlich das Naserl angeschwollen ist und man gar keine Luft mehr durchbekommt, meine Damen, und der Hals und jede Schluckbewegung einen Schmerz auslöst, meine Damen, da muss ich Ihnen schon eines sagen, da ist Kinderkriegen, ein Klacks dagegen, das gehört auch einmal gesagt. Bitte sehr. Ich hoffe dann so eine Erkältung als Grippe bezeichnet. Na guck mal jetzt noch, die Grippe, was auch vorgegangen ist, weil im Gegensatz zu einer banalen Verkühlung ist die Grippe, wie wir alle wissen, eine wirklich todbringende Seuche. Die man dann auftritt, wenn es ein Überangebot an Impfstoffen gibt. Dann muss es mir lustige Namen geben, die sich auch der dümmste merkt. Tiernamen zum Beispiel Vogelgrippe, Schweinegrippe, wer möchtest du sterben? Wir sauen, na das brauche ich nicht. Na das brauche ich sicher. Der Kerl war in, weil wir saubrauchen. Wobei ich hier nicht als der Farmerindustrie in die Schuhe schieben möchte, dass ich diesen Schwachsinn gemeinsam mit den Gesundheitsministerien und mit Unterstützung der Medien natürlich anzetteln, um sich eine goldene Nase mit diesem Impfstoff zu verdienen. Das wäre ja vollkommen absurd. Ja, das ist ja dann ja Pinhead, was willst du mit den paar Impfstoffen da, wo es dann schon was zu verdienen gibt. Natürlich ist es dann später durch die Nebenwirkungen dieser Impfung. Aber das ist dann ein nachhaltiges Wirtschaften. Dann können Sie sich andere vielleicht ein Beispiel nehmen. Was ist jetzt aber eine Verkühlung? Und ich möchte das Ihnen so erklären, dass ich Ihnen sage, was sie nicht ist. Was sie nicht ist, ist eine in der U-Bahn herumschwirrende Krankheit, die auf dich lauert. Ah, den Hut im Arsch, der hat kein Vitamin C gefressen. Die dann wie ein Elien in dich eintrinkt und versucht, deinen Körper zu infiltrieren, wie ein Trojaner darauf wartet, die Macht, über deinen Körper übernehmen zu können. Ah, 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 ah. Das ist eine ganz, ganz kranke Vorstellung von einer Krankheit. Also, Viren, Bakterien, Keime, die lauern nicht in U-Bahn. Die hucken nicht auf Gurken, auf Spanisch nicht machen. Ah, 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 ah. Nein. Die sind immer und überall. Ja. Aber da herinnen, seit drei Milliarden Jahren gibt es die. Die kennen sich wirklich gut aus. Die sind fast daheim da, kann man sagen. Und wenn ich da jetzt wie dieses Rednerpult da drüber fuhr, ja, habe ich jetzt auf meine Hände alle Keime, alle Bakterien, die da herumschwirren, ja, und das ist vollkommen wurscht. Die tun wir nichts. Natürlich, ich möchte das nicht verharmlosen, es gibt totbringende Keime, ja, aber nicht da. Und so was sehen wollen, also sehen nicht, aber erleben wollen, gehen sie in ein Spital, in ein OB. Ja, weil die dort, die haben eine Ranger-Ausbildung, die sind wirkliche Mutanten, also die kennen sie auch, sie sind eine Kampfmaschine. Aber so ein kleiner Virus, wenn sich der eine Gaudi macht, und sich bei dir da auf die Zöne draufhuckt, als blinder Passagier sozusagen, nicht ein Gewichtspann, die haben sie mit dem Finger. Es ist ja immer wahr. Na klar, fängt man erst. Wir haben doch eine Betriebsfeuerwehr, unser Immunsystem. Und ich warte noch drauf, dass ein bisschen was zu tun ist. Ehrlich, gibt es für eine Feuerwehr was Schönes, wenn man es brennt? Blau liegt, endlich, bei Rotwege, die Handbetriebe, und dann fährt das Immunsystem, die Betriebsfeuerwehr, durch den Körper, sucht nach Viren, und wenn es schon dabei ist, auch den ganzen anderen Scheiß, diese Toxine, die da herumschwirren in uns, die werden gleich mit, weggeräumt, und zwar, durch kleine Feuer. Das Immunsystem verbrennt das alles. Die werden entzündet, diese Feuer. Und das ist eine entzündliche Krankheit. Also wenn das Nasrl rinnt und brennt und jedes Gelenk, sind sie froh. Das ist ein Reinigungsprozess, ein kleines Service. Und die absolute Geheimwaffe von diesem intelligenten Organismus ist das Fieber. Weil das ist wie ein Weihnachtsboot. So drehen wir einmal auf, flächendeckend, Huf, alles was drin ist. Wenn sie drei Tage Fieber haben, sind sie neu formatiert, da sind sie ein anderer Mensch. Hey Alter, was ist du Pisser? Ich hab Fieber gehabt, stell dich, was ist. Also mich fasziniert sowas. So einen klugen Körper haben wir. Nur wir, wir wollen natürlich keinen klugen Körper. Was wir brauchen ist ein funktionierender Körper. Ich scheiß auf einen klugen Körper. Ich kann mich nicht drei Tage in den Haferdeppern legen. Bezahlt mir die die Leasingrate vom Marrakesch? Böllscheiß. Nein, das Immunsystem nicht. Genauso wie kein Deppern des Sättigungsgefühls brauchen wir nicht bei einem Ollogenid-Buffet stehen. Es kommt ein Produktiv. Das heißt also, jedes Mal, wenn unser Betriebsfeuer das Immunsystem ausfährt, zu einer Übung, ein paar Viren wegkrammern, steigen wir schon vom Feuerwehrhaus. Der hat mich bekannt gemacht, mein Arzt, mein Apotheker, Niercidran, Infobinne, Antibiotika. Wir haben sie im Griff, jetzt gehen sie gerne da aus, schaut ihr ab mit der Dilleruniform, zurück in den Unterschlupf, macht sie einen Feuerwehrheiligen, okay zu uns, bitte nicht am Marsch, okay, danke für das Gespräch. Und das Immunsystem fällt wieder zu. Wann das einmal passiert, na gut, was, ja, auch kein Problem, aber jedes Mal. Irgendwann ist die Betriebsfeuer fast ein bissel beleidigt. Und selbst wenn das Immunsystem eh entspannt ist und noch will, irgendwann kann es nicht mehr. Weil eine Feuerwehr, die nicht übt, die weiß dann nicht, wenn man den Schlag rausrührt, oder was? Und jetzt stellt dieses Immunsystem dann plötzlich vor ein paar so entartete Zellen und... Komm her, was? Ja, dummer, das weiß ich auch. Dummer, so gescheit bin ich auch. Aber... Hört, ich sag dir was. Entspannung. Die haben das im Griff, die machen das. Wir gehen einmal, genau, wir trinken einmal was und dann... Und wenn das passiert, dass der Immunsystem nichts mehr macht, weil es nicht mehr will oder nicht mehr kann, dann geht es uns plötzlich super. Nie wieder krank. Irgendwas sagen, seit Jahren keine Verkühlung, kann ich nicht. Fieber gibt es nicht. Die Luft auf Holz, muss ich sagen. Also wirklich... Gut, ich esse auch viel an Ausstattung im Winter. Aber ich muss sagen, also... Na... Grippe, also Blutdruck, alles, alle bloß, ich schee rot im Winter, alles doch. Ich muss sagen, also... Na, also... Seit Jahren keine Grippe. Kenne ich nicht. Rosnatur. Wenn zum Beispiel 95% unserer Leber abgestorben sind, merkt man das nicht, weil diese Leber ein extrem geduldiges Organ ist. Bei 96% stirbt man sehr schnell. Das kann dir keiner mehr helfen. Aber nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Der Trotelspruch geht natürlich für Patienten nicht. Weil das, was unsere Medizin braucht, sind natürlich Patienten, die krank sind, Schmerzen haben, leiden, aber dabei nicht sterben. Das kann man Zeit so einstellen. Das geht. Geht nicht ewig, aber Zeit lang geht's. Also spätestens dann einen Privatpatient wegen seinem Facelifting auf der Bett wird. Dann wirst du vielleicht von der Medizin aufgegeben. Aber kein Grund zur Traurigkeit. Wenn das passiert, ergeben sich wieder das Leben in dir plötzlich wieder neue Möglichkeiten. Entweder du wirst blitzartig von dir selber gesund oder du kannst endlich würdevoll sterben. Und damit kommen wir jetzt abschließend zu meinem absoluten Lieblingsthema. Zum Tod. Lieblingsthema nämlich deswegen, weil ich weiß, dass ich jetzt bald nach Hause gehen kann. Na glaubst du, das ist schon sehr ansteigend, wenn man zwei Stunden am Tag für seinen Lebensunterricht aufbringen muss. Also so ist das auch wieder nicht. Ich finde, dass wir prinzipiell sehr, sehr gut mit dem Tod umgehen. Wir verdrängen ihn und schon ist er nicht mehr da. Ab und zu haben wir Angst davor, wenn man in der Röhre liegt, beim CT zum Beispiel nicht. Ehe schon in den Stift heraus. Bitte, bitte nicht. Dann hören wir den Arzt schon reden. Der Fleck fällt mir nicht. Hässlicher Fleck, der ist ganz schön. Kommen Sie, mein Kollege, sind Sie im Fleck? Der gehört da nicht her. Ach Gott, das ist ein garstiger Fleck. Der Weinmantel nur den Kaffeefleck auf seiner weißen Westen. Guter Dank, eh nix. Dann haben wir einen Befund, da stehen viele Zahlen oben. Und diese Zahlen da oben, die sind mindestens genauso viel wert, wie diese Durchschnittsverbrauchswerte im Autoprospekt. Und dann gibt es wieder Momente in unserem Leben, wo wir wirklich über den Tod philosophieren. Weil mein Wein ja auch auf die Wahrheit liegt, ne? Und ich muss da ganz ehrlich sagen, verstehst? Eins sage ich, wenn ich jetzt zum Beispiel stirbe, wünscht er nicht, aber klar, wenn ich stirbe, wenn ich was wünschen darf, ich würde mich stirben, wie mein Opa gestorben ist. Verstehst du, wie der Opa? Einslaufen. Weisst? Friedlich, einslaufen, Licht aus, eine Banane. Mit dem kann ich leben. Also stirben, in dem Fall. Aber wenn ich mir jetzt was wünschen darf, ich will nicht grepieren wie mein Onkel. Weil der im Auto daneben gesessen wie der Opa eingeschlafen ist. Was? Moment, 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 Moment. Aber jetzt ehrlich. So groß, wie Sie da jetzt tun, ist der Unterschied zwischen Opa und Onkel aber nicht. Weil was heißt denn das in der Realität? Der Onkel, ne? Handelhau so, schlaufe zwei, hörst's? Handelhau so, geht's doch nicht gut? Handelhau so, wir sind doch diese Linke Vorbahn, Magirus Deutz, Ui, das wird knapp. Licht aus. Von als Zahlen sie Sports zu nachdem sind. Das wird neuer werden. müssen, wenn wir drin bleiben. Aber was uns so belastet, ist, dass wir nicht wissen, wie uns dieser Tod eines Tages ereilen wird. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich hier wäre im Krieg gegen die Gläubigen. Weil gegen die Ungläubigen sind eh alle anderen im Krieg. Ich bin im Krieg gegen die Gläubigen. Gegen alle die, die jedem Blätzchen glauben, den sie im Radio sehen. Nein, im Radio sehen. Das müssen wir noch einmal machen, bitte. Die jedem Blätzchen glauben, den sie in den Nachrichten, also nein, noch mal. Jeden Blätzchen glauben, dass sie in der Zeitung hören, im Radio sehen und im Fernsehen lesen. Jetzt ist es beinahe, was passt. Gegen die kämpfe. Einen heiligen Dschihad für mehr Eigenverantwortung, Hirn-Esch halten. Und deswegen bin ich bereit, hier und heute vor laufender Kamera, und das ist eine Sensation, das ist eine super Promotion-Geschichte, ein Märtyrer tot zu sterben. Das heißt, die Türen sind versperrt, sie kommen hier nicht heraus. Und mein kleiner Affe, der Bob, ist natürlich kein Maskotchen, ich habe ja ganz schön sein Maskotchen auf der Bühne. Ich glaube, ich bin wohl auch, gar nicht? Das ist meine Bombe. Das ist eine ganz moderne Bombe, also das ist ja nicht so ein Tick-Tick-Tick-Tick, wo sie schon seit einer halben Stunde wissen will, da der Bomb ist halt direkt auf die Bühne gar nicht gesagt, wie dein Mode. hi-tech, das geht so. Das hat ein SIM-Karten, aber ich zeig euch nicht, das muss ich anrufen, weil ich die Nummer anrufe. Passen Sie sich auf, das geht ganz einfach. Ich brauchte das nur wollen. Ah... ich... das kann jetzt nicht sein. Bitte... pffah! Das ist auch was, was es früher nicht gegeben hat, zum Wird es früher geben, dass du die Nummer von deiner Bombe nicht weißt? Ich mein, man braucht's noch einmal, aber trotzdem. Aber ich muss eh irgendwas auf einem Cast-Zettel... Das ist jetzt sowas von peinlich. Das schneiden wir da noch raus, das Sucherein auf der Telefonnummer. Alter, das ist ein Wahnsinn jetzt. 0680, das war das beste Angebot. Das ist jetzt keine Werbung, das sag ich nur, weil's so ist. Ich weiß, es ist wurscht, aber da geht's ums Prinzip. 9, 3, 2, 7, 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 7. Ich hätte übrigens das merken können, das ist eigentlich eine schöne Nummer 7, 7. So, Rufaufbau, okay, das passt, aber ich hätte mir jetzt noch nichts. Aber normalerweise ist es jetzt... Leuten tut auf jeden Fall, der Pop. Hallo? Hallo, entschuldigen, nein, ich weiß nicht, jetzt habe ich irgendwas... Nein, nein, ich weiß nicht, wie spät es ist, nicht besser. Ich habe andere Uhren gerade. Bitte, nein, äh... Aber entschuldigen Sie, bitte kurz dranbleiben. Eine Frage, können Sie mir helfen? Und zwar könnte ich bitte mit Bob sprechen. Also... Das zum Beispiel wäre ein extrem schöner Tod. Oder haben Sie Angst gehabt vor dem Sterben, sind bis zum Schluss gelacht und nachher noch applaudiert. Ist das super, oder? Gut. Ich hätte jetzt zusammenrahmen bekommen müssen, für das eine Scheissocken. Das ist keine Frage, ja. Anderses Beispiel. Ich bin wieder im Krieg gegen die Gläubigen. Das lassen wir so, wie es ist. Und nur ohne Bombe, vollkommen unblutig. Ich habe die Türen wieder versperren lassen. Das ist auch so. Und ich werde ganz einfach diesen Vortrag jetzt immer wieder von Neuem beginnen. Das heißt... Ja, ganz gut. Und zwar so ein Loop. So ein Endlschleip. Das kommt immer wieder. Und zwar so lang, bis wir alle miteinander nicht mehr kennen. Bis wirklich ganz, ganz eng wird. Viel Zeit zum Nachdenken. Ja, mein Lieber. Ja. Bis wir die eigene Brunze saufen irgendwann. Bis wir uns gegenseitig auffressen. Bis wir sudern. Das ist gut, das ist gut. Gehen wir nicht zu den Brunetten. Gehen wir lieber zu Niamarani. Das wäre ein hässlicher, qualvoller Tod. Aber jetzt egal. Beide Todesvarianten sind natürlich jetzt nur Gedankenformen in meinem kranken Hirn. Jetzt auch in Ihrem. Genauso wie alle anderen Todesvarianten, die wir uns so gerne in unserem Leben ausdenken. Flugzeug abstürzen ist beliebt. Krebs kriegen sowieso. Etc. Etc. Die Realität ist aber eine ganz, ganz andere. Wir sterben jetzt gerade alle nicht. Aber irgendwann schon. Aber das merkt man. Weil sie stehen bleibt. Die Zukunft. Zuerst gefreut man sich natürlich. Ja. Ich hab's ja gewusst. Jetzt steht's. Nur in dem Moment, wo sie steht. Da hat sie sich um. Tut die Masken runter. Zeigt uns ihr knöchernes Gesicht. Bock. Die Sensen aus. Sappi. Sappi. Und das ist dann der Moment in unserem Leben, wo wir das erste Mal aufhören an einer Zukunft zum Nachrennen. Und mit dem jetzigen Moment gar nicht so unzufrieden sind. Dann tun wir das sagen. Ja. Man ist mir jetzt aber so schlecht. Eigentlich. Du. Du geh dabei. Geh. Du geh voraus. Mach irgendwas. Kein Stress. Ich komm. Ich tu ihn an. Ich. Hörst du? Das kommt mir jetzt angelegt. Hörst du? 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 Ja. Und dann kommt der Moment des Todes. Das ist dann der Moment, wo eigentlich unser Leben und das Leben von einem Neandertaler wieder vollkommen ident sind. Alle Formen lösen sich auf. Die Geschichte. Der Name. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie der Neandertaler konkret mit dem Tod umgegangen ist, was wir schon wissen, weil man hat eben Gräber gefunden, es hat damals einen Totenkult gegeben. Was uns wieder erzählt, dass es damals bereits ein Wiss um ein Leben nach dem Tod gegeben haben mussten, ist ja ganz bewusst ein Wiss um kein Glauben, weil diese primitiven Naturvölker im Gegensatz zu uns die Fähigkeit hatten, in die Geisterwelt zu reisen. Also die haben sich weder in Trance getrommelt oder in Trance getanzt. Der eine andere Teile hat sich ein Fliegenbildzupperl gemacht und eingeschnitten. Der Indianer hat sich ein Pfeifferl gebaut und... Puff! Und hat sich weggeschossen und dann ist er geflogen. Puff! 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 Hat sich gedacht, hey! Auch nicht schlecht! Vor wo Sie noch Angst haben bitte! Vor dem! Nein! Und darum wissen wir ja, dass die Indianer, also der alte Indianer, wenn er gemerkt hat, dass jetzt bei ihm an der Zeit war, hat er auch einfach seine Familie um sich versammelt und zu einer hat gesagt, Ich hab gesagt... Man ist sie weh. Nicht wahr? Man hat sie... 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 Man hat sie so... Man hat sie... Was sie so früh heißt, vielleicht ist man euch schon gestirben. Und... Dann ist es dann... Wohitgang an dieses Gestorben. Jetzt stellen Sie das bitte vor, ja? Sie daheim eh schon an Stress, müssen aus dem Haus und auf einmal schreit dieser demenzkranke Pflegevoll aus dem Nebenzimmer, der früher der Opa war, bevor es dieser Pflegevoll war. Schreit der VWG! Warte mal! Ich wollt dir nur noch was sagen, bevor es geht. Wenn du heute heimkommst, bin ich nicht mehr da. So! Nur, dass man nicht besser ist, sondern auch nicht traurig sein. Weisst? Und ich geh heut oben im Park sterben. Was? Bist du... Bist du auch gerät? Sag einmal... Ich muss... Ich hab keine Zeit für die Blötheit. Sag einmal... Weisst du was? Ich los wieder die Papiere von dir, da bist du ja nimmer. So, jetzt kommst du jetzt heim. Jetzt rechts. So bitte! Rettung! Die einzige Rettung für den Opa war der Besserl-Pack. Und wir lassen ihn nicht. Das heißt also, wenn wir was fürchten sollen, dann ist es nicht der Tod. Das kann ein guter Freund sein. Wo es ein bisschen eng wird dann im Finale, ist das, was uns da vor Ort tun werden. Das könnte ein bisschen... Das könnte man auslassen. Was ist... Hier... Und nachdem jetzt die Stimmung am Höhepunkt ist... Die letzte Frage... Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und auch das weiß ich natürlich als Vortragender... Ja. Zumindest der Körper lebt nach dem Tod weiter. Die Mikroorganismen warten schon drauf, dass sie uns eines Tages kompostieren dürfen. Und der Keim, der uns irgendwann zerlegen wird, der kommt nicht von außen. Der ist schon bei der Geburt dabei. Ja. Und der dient dem Leben. Also nicht bei dem Ich. Nicht bei der Geschichte. Aber dem Leben. Ja, aber was ist mit dem Bewusstsein? Der Seele, dem Geist? Das ist ein bisschen schwerer zu beantworten. Insofern... Da fehlen mir diese Erfahrungswerte. Aber wir brauchen uns deswegen wirklich keinen Kopf machen. Es wird wurscht sein, oder? Es ist nichts, oder das spürt sich an. Ich glaube eher, dass es gar kein Sterben in dem Sinn gibt. Weil in diesem Universum ist noch nie irgendwas gestorben. Leben ist ein Kreislauf. Es ist nichts Lineares, was da anfängt und da anfährt. Nein! Das ist es nicht. Natürlich kann man es so sehen, wenn man will. Keine Frage. Man kann alles falsch sehen. Wenn man jetzt die Sonne sieht, wie es aufgeht. Was ist denn das? Schau das! Das ist schön! Was schau! Rot! Oh jetzt wird's hell! Das wär warm! Das ist super! Hö! Schau wie die runter brennt! Das ist super! Hö! Hö! Wo geht's jetzt hin? Was macht's? Was tut denn das? Was mach ich hinter der Berg? Ich seh'n Teppern! Wieso? Wieso? Wieso tut's man das? Alter! Das scheint grad woanders! Oder allein aus einem Samenkorn. Da entsteht eine Pflanze. Jetzt wächst die heran. Wir freuen uns. Wow! Die geht in die Blüte. Schau das auf! Das ist ja... Wow! Schau wie schön! Wow! Und sie versamt. Ja! Genau! Und sie verblüht. Und aus dem Samenkorn kommt wieder eine Pflanze. Warum soll das bitte nicht mit dem Bewusstsein genauso sein? Das war ja eigentlich nur logisch. Oder? Keine Ahnung! Aber angeblich! Nur eine kleine Vorbereitung auf das was kommt. Es gibt angeblich eine zwölfte Dimension. Kennst du euch das vorstellen? Zwölfte! Ja! Ich bocke da früher nicht einmal die dritte, wenn man aus der Hafen muss. Die zwölfte! Was geht was da los ist? Oder vielleicht, wer weiß, vielleicht kommen wir ganz einfach wieder. Ah geil! Zweite Chance! Okay! Oder siebenhundertachtundvierzigste Chance. Wenn wir es bis jetzt jedes Mal verschissen haben. Oder? Wer weiß! Vielleicht gibt's ein Paradies! Ja! Ein Garten! Ja! Aber da! Habt ihr das gesehen? Ist das geil! Schöner! Stell dir das vor! Ja! Blaue, kräftige, männliche Wesen! Ja! Weibliche Wesen! Mit solche! Und... Oder vielleicht irre, das ist ganz einfach nur aus. Auch hier! Wir sind da! Ja! Und wir sind da. Ja! Ich bin da. Ja! Vielen Dank.